Ich mache mir ein Bild davon. Das ist leicht gesagt und ja, dank der Smartphones auch leicht getan. Es hat sich ja wirklich eine Menge getan in all den Jahren, wo eben die Smartphone-Fotografie sich entwickelt hat. Am Anfang eher so ein bisschen belächelt, mit dem Laufe der Zeit immer wichtiger geworden. Und was sich da so in jüngster Zeit getan hat, wie es weitergehen könnte, darüber sprechen wir in dieser Folge Nummer 83 des Mac & i Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Ja, selber ein Bild davon machen. Davon versteht Leo Becker auch etwas. Hallo Leo, grüß dich. Hallo Malte. Ja, ich hoffe, dass wir uns heute so einige Bilder von dem iPhone machen, weil die iPhones so einige Bilder für uns machen. Man weiß ja inzwischen nicht mehr, ob man selbst noch die Fotos macht oder ob das Smartphone eigentlich die Bilder schon selbst macht. Und es gibt, glaube ich, viel zu erzählen über iPhone-Fotografie, Smartphone-Fotografie und wo überhaupt diese Fotoreise im Moment so hingeht. Weil es passiert ja doch einiges und am Horizont lauern schon irgendwelche KI-Monster, die plötzlich in unseren Familienfotos auftauchen. Also es passieren da, passieren doch sehr viel. Da ist einiges im Umbruch, hat man das Gefühl im Moment. Ja, allerdings. Aber bevor wir da einsteigen, das Thema vielleicht noch ein bisschen schamlose Eigenwerbung und zwar natürlich für das Heft Mac & i beziehungsweise eben auch die Berichte, die es online gibt. Denn wir werden in dieser Folge sehr viel über das iPhone 16 sprechen und was sich da bei den Kameras getan hat, das haben die Kollegen sehr ausführlich auseinandergenommen und analysiert. Und in den ersten Tests dann vom iPhone 16 und iPhone 16 Pro, da sei einfach mal darauf verwiesen, dass es da eben dann vertiefende Lektüre gibt, wen das interessiert und da gerne auf heise.de gehen oder in den gut sortierten Zeitschriftenhandel. Wollte ich immer schon mal sagen. Ja, sehr gut, weil in der Tat der gut sortierte Zeitschriftenhandel, ich glaube, da ist offiziell die nächste Ausgabe, ist offiziell, glaube ich, am Freitag in diesem gut sortierten Zeitschriftenhandel zu finden. Aber Abonnenten dürften die jetzt teilweise schon in den Händen haben oder zumindest, wenn man das jetzt hört, sollte die eigentlich im Briefkasten liegen. Also den gibt es ja auch noch, den Briefkasten alternativ zum gut sortierten Zeitschriftenhandel und natürlich alle möglichen digitalen Variationen davon kann man natürlich da auch lesen. Jetzt hatten wir aber sehr viel Retro. Lass uns über die Zukunft sprechen bzw. über die zukunftsträchtige Gegenwart. Ja, Fotografie beim iPhone ist ja tatsächlich ein ganz interessantes Thema. Als das anfing damals mit dem iPhone, hatte ich ja eher so den Eindruck und ich glaube, das ist so die kollektive Wahrnehmung, dass Apple das Thema Fotografie ja jetzt hier nicht ganz so wichtig war. Es war einfach hinten noch ein Loch drin, eine Kamera und man konnte ein Bild machen. Aber die Züge, die das später angenommen hat und speziell die es dann heute hat, wenn man sich jetzt dann die aktuellen iPhones anguckt, wie die präsentiert wurden und wo der Schwerpunkt lag, das ist ja schon recht verblüffend, oder? Wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Das stimmt, das hat eigentlich ziemlich lange sogar gedauert, bis die Kamera so richtig, richtig in den Fokus geraten ist bei Apple und spezifisch beim iPhone. Also ich meine gut, das erste iPhone ist vielleicht ein bisschen schwierig. Es gibt ja heute noch ein bisschen inzwischen wieder so einen sentimentalen Trend, der sich zurücksehend nach den Aufnahmen, die diese Art von super schlechten Kamerasensor aus dem Zeitraum damals gemacht hat. Also nicht nur das erste iPhone, sondern auch so alte Digitalkameras so aus 2000, 2003 und so, aus wirklich so die ersten Megapixel-Kameras, die es damals so gab, mit denen Leuten rumgerannt sind. Aber das ist natürlich vielleicht auch wirklich dann einfach nur so der Hang an so die Rückerinnerung an so eine frühere Zeit, in der Bilder noch ein bisschen wild aussahen. Das gibt es ja in der Fotografie immer, dass so alte Stile plötzlich mal wieder solche Hype-Phasen durchlaufen, genauso wie Polaroid-Fotos und solche Geschichten. Das ist natürlich so eine Sache und bei Apple weiß ich gar nicht, mir fällt schwer zu beziffern, wann Apple eigentlich angefangen hat, das so richtig ernst zu nehmen. Man kann natürlich sagen, so vielleicht mit den ersten Dual-Kamera-Systemen, was war das, iPhone 7 Plus oder so, also dass zum ersten Mal halt irgendwie zwei Linsen-Objektive, wie man es auch immer nennen möchte, dann integriert waren. Und als da dann auch anfing, okay, du kannst jetzt so Portrait-Aufnahmen machen und hast dann ein bisschen Hintergrundunschärfe und wo es auch losging damit, dass eben du nicht mehr nur Hardware-Elemente hast, sondern auch eine Software-Seite in dieser Berechnung von Bildern oder Unschärfen, die jetzt in dem Fall halt dazu kam. Also das war, glaube ich, so der Ausgangspunkt. Und dann fing das natürlich an sehr schnell, hat Apple das sehr schnell hochgeschraubt. Also es wurden halt immer größere, es wurde auch ein bisschen mehr, also ich meine bis zu drei, mehr als drei haben wir, also ich meine gut, bei Apple sind sieben, da kommen wir nachher noch zu, wie viele Objektive jetzt an diesem iPhone dran, wie viele da jetzt dran sind. Aber draußen sieht man maximal drei Linsen, bislang mehr sind es noch nicht geworden. Und auf der anderen Seite sind die natürlich immer größer und größer und größer geworden. Da wird ja auch immer ganz gern darauf verwiesen, dass damals diese Diskussion entstanden ist, als glaube ich entweder beim iPhone 6 oder auch beim iPhone 7 die Kameralinse hinten, also wirklich so ein Millimeterchen rausgestanden ist. Und man so, oh, das Telefon kippelt auf den Tisch und Leute waren, großes Desaster und riesige Diskussionen. Und jetzt hast du halt irgendwie, wenn du dir das iPhone 16 Pro anschaust, hast du halt ein Monster von, also ich meine, es war schon letztes Jahr so, war auch vorletztes Jahr schon so, ein Monster von diesem Kamerasystem halt hinten dran kleben, was halt einfach da ist und auf der anderen Seite natürlich auch recht gute Fotos schießen kann. Ja, ich glaube, es ist sehr stark verknüpft mit der Akzeptanz der Kamera. Und wenn man sagt, Apple hat die Kamera später entdeckt, muss man sagen, die Käufer, die interessierten ja noch viel später. Also die Wahrnehmung bei den ersten Keynotes, wo die Kamera in den Fokus geriet, war ja eher so, von wegen, warum reden die so viel über die Kamera? Also es war ja eher so Verwunderung und es war ja laut den Geschichtsbüchern auch das Steckenpferd des damaligen Marketingchefs von Apple, Phil Schiller, der gerne und viel über die Kamera sprach. Und es wurde am Anfang ja auch etwas belächelt nach dem Motto, ja, ja, Kamera und so weiter. Und keiner konnte sich also richtig vorstellen, dass wir im Jahr 2024 eben ein Unternehmen sehen, was ernsthaft damit wirbt, dass ein Smartphone verwendet wird, um Kinofilme aufzunehmen, professionelle Musikvideos und was weiß ich für Sachen. Also aus damaliger Sicht wirkt das ja geradezu absurd, was heute damit angestellt wird, weil es damals ja sogar schon belächelt wurde, einfach für die Privatfotografie ein ernsthafter Ersatz zur Kompaktkamera oder gar zur Spiegelreflex zu sein. Ich meine, die Fotografen unter unseren Zuhörern werden jetzt natürlich die Haare sich raufen, wenn ich hier das Wort Spiegelreflex in den Mund nehme, denn natürlich tobt ja weiterhin ein Glaubenskrieg über die Frage der Güte von Smartphone-Fotografie und der klassischen Fotografie. Das Fass wollen wir auch gar nicht aufmachen, da wollen wir hier keine Präferenz erkennen lassen, aber es ist ja doch unverkennbar, wenn wir jetzt mal so den Gesamtblick auf das Phänomen Fotografie, das Big Picture an dem Zusammenhang ist ja auch ein schönes Bild, wenn wir das mal so in den Fokus rücken, es hat sich ja schon eine Menge getan, gar nicht mal nur jetzt in der Frage, ich kann mit dem Smartphone unterwegs im Internet surfen, sondern ich glaube vor allem hat das ja auch unsere Fotoangewohnheiten geändert, oder? Es ist halt einfach so allgegenwärtig, wie wahrscheinlich noch nie Kamerasysteme waren, also ich meine, dass irgendwie so die Kamera letztlich zu einem Massenprodukt wurde, das ist schon sehr lange her, glaube ich, aber du hattest immer diese komplizierten Schritte, dass du halt den Film vielleicht ins Labor geben musstest oder halt so eine ganz große Zeit zwischen der Aufnahme und dann der Entwicklung und dem späteren Anschauen dieser Bilder, zu haben, die das ja viel abstrakter gemacht hat, also dass das nicht verknüpft war und bis wir dann halt dazu kamen, plus natürlich der Frage, was kostet das Ganze und du hast ja irgendwie früher so im Urlaub, Vorsicht, mach nicht zu viele Fotos, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Irgendwie eine absurde Vorstellung, aber die Älteren unter den Zuhörenden werden sich daran auch wahrscheinlich erinnern können, dass das halt eine Sache war, dass man da aufgepasst hat, nicht zu viele Fotos zu machen. Ich meine, das können die jungen Leute heute gar nicht mehr nachvollziehen, aber man hat ja manchmal nach drei Monaten irgendwelche Bilder dann plötzlich dann in die Entwicklung gegeben und war dann überrascht, was du auf diesen Filmen drauf hast oder teilweise waren die noch älter. Das ist ja heute in dem Zeitalter, wo du alles instant in Augenschein nimmst, ja völlig undenkbar. Ja, also da hat sich schon, da hat sich natürlich unglaublich viel verändert und wir sind jetzt natürlich an einem Punkt angekommen, wo praktisch dauerhaft alles bis zu einem gewissen Grad aufgezeichnet wird oder möglicherweise zumindest. Also ich meine, wenn du in der Stadt, in der größeren Stadt vor die Tür gehst, dann die Wahrscheinlichkeit, dass du in irgendeinem TikTok-Video von irgendjemandem landest, ist zumindest gegeben. Also das ist keine absurde Annahme, dass das passieren könnte und das ist natürlich schon eine seltsame Veränderung, die auch irgendwelche verschiedenartigen Auswirkungen hat. Also ich meine, wir haben ja jetzt gesehen, auch in den letzten Jahren schon lang, als die Livestreams halt immer häufiger wurden, dass in den USA ja gerade natürlich eine große Debatte über Polizeigewalt und so weiter entbrannt ist und plötzlich Leute halt Konfrontationen aufgezeichnet haben und dann natürlich auf der anderen Seite wieder die Bodycams bei der Polizei auch immer mehr und mehr ins Spiel gekommen sind und alle fingen an, alles aufzuzeichnen in der Idee, dass man die Wahrheit vielleicht mit aufzeichnet, idealerweise, was wahrscheinlich eine Illusion geblieben ist, weil diese Wahrheit aufzuzeichnen, und ich glaube, das gab es vielleicht noch nie so ganz richtig in der Fotografie, auch wenn man sich diesem hehren Ziel vielleicht lange verschrieben hat und jetzt mit KI sehen wir, dass es von dieser Wahrheit in der Fotografie und bei Videos sicher auch nur noch sehr wenig übrig bleiben wird und man natürlich, und es auch wahrscheinlich nicht reicht in Zukunft bei jedem Foto irgendwie zweimal hinzuschauen, weil wir sind sehr schnell an der Grenze dazu, dass man es nicht mehr richtig unterscheiden kann, was da echt und was falsch ist. Also falsch im Sinne von, was ist generiert oder hinzugefügt oder in irgendeiner Form manipuliert an Fotos. Wenn man durchaus die Wahrhaftigkeit des Aufgenommenen, also wir, seit vielen, vielen Jahren wird gewarnt vor, davor sozialen Medien nicht zu trauen, weil Fotos und Videos natürlich manipuliert sein können, aber zumindest so im engeren Bekanntenkreis war man ja bislang eben immer der Ansicht, das, was man da gezeigt bekommt, ist wahrhaftig, weil man sich kaum vorstellen konnte, dass Onkel oder Tante sich hinsetzt und mit Photoshop oder irgendwelche Sachen rein- oder rausmontiert, weil das einfach ein gewisses Fachwissen erfordert, aber es wird ja mit KI, und da kommen wir später natürlich auch noch dazu, wird es so einfach gemacht, dass das tatsächlich ein Kinderspiel ist und der Realitätsbegriff der Fotografie natürlich jetzt ganz neu definiert wird und ja, mit spannenden Fragen auch in die Zukunft gerichtet, so sage ich mal, wie wahrhaftig sind auch Erinnerungen noch, was macht das mit uns als Gesellschaft? Ich würde aber nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil du ja gerade auch beschrieben hast, so wie sich das auch geändert hat für die Gesellschaft. Ich finde ja auch, die Art und Weise, wie das öffentliche Leben dokumentiert wird, hat sich ja auch total geändert. Früher war es ja eben so, klar, es gab kameraträchtige Events, meinetwegen ein Konzert, da hatten natürlich viele eine Kamera zur Hand, aber dieses, dass man heute jederzeit die Kamera in der Tasche hat und eben auch bei Situationen, die man überhaupt nicht vorher sieht als Foto- oder Videomotiv, dann sie sofort dann einsetzen kann, das hat ja einerseits im Privaten vieles verändert, dass wir viel mehr Bildmaterial haben und Videomaterial und unser Leben ganz anders dokumentieren, aber natürlich auch im gesellschaftlichen Sinne, dass eben, also ich denke da immer so dran, Paradebeispiel ist der 11. September, das war noch vorm Smartphone-Zeitalter und es war ja eigentlich nur der Tatsache zu verdanken, in Anführungszeichen, dass das eben in so einer Weltmetropole war, wo viele Leute eben auch Fotoapparate und Videokameras da hatten, dass das in dieser Akribie und aus so vielen Blickwinkeln dokumentiert war. In einer Kleinstadt wäre das undenkbar gewesen, weil ja keiner eine Kamera dabei gehabt hätte oder ganz wenige oder erst viel später. Und ich glaube heutzutage, solche Ereignisse könntest du selbst im Dorf aus 20 Blickwinkeln später dann rekapitulieren, weil einfach, man sieht es auf jedem Stadtfest, überall stehen Leute und halten so ein Smartphone hoch und filmen damit und sowas hat man früher eben nicht gesehen. Also das ist, glaube ich, auch ohne dieses Thema jetzt ganz aufzumachen, ich meine, das hat auch noch viele Fragestellungen und wir wollen ja auch über das iPhone im Speziellen sprechen und Apple, aber es ist schon ganz interessant, weil ich glaube, dass das iPhone auch einen gewichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass es eben so gekommen ist. Ja, das Smartphone und in dem Fall schon auch das iPhone natürlich. Also ich meine, es gab natürlich schon Kameratelefone vorm iPhone. Also wer sich an diese Vor-iPhone-Zeit zurückerinnert, weiß auch, kann sich sicher auch noch gut erinnern, dass da gerade Sony Ericsson und so weiter, die hatten damals schon, die waren schon relativ solide auch aufgestellt, was Kamerafunktionen anging. Und auch Nokia und so weiter, da gingen ja durchaus in die Richtung von so Riesen, von auch so Riesenobjektiven, die schon an den, nicht Smartphones, sondern teilweise auch an den Nicht-Smartphones dran waren. Es war dann wirklich ein Kameratelefon praktisch. Das konnte halt ein bisschen Musik und hatte so App-artige Elemente und dann natürlich diese Kamera, die auch teilweise gar nicht so schlecht war, jetzt zumindest für die damalige Zeit im Vergleich mit den sonstigen Digitalkameras, die eben auch nicht so sonderlich gut waren. Aber das hat sich natürlich dann so dermaßen drastisch geändert. Und Instagram ist vielleicht halt natürlich das faszinierendste Element mit in dieser ganzen Geschichte, die dieses Zusammenwachsens, dieser ganzen Elemente verdeutlicht. Dass du halt das Smartphone hast, was du immer dabei hast, mit einer Kamera, die immer besser wird und plötzlich eben diese Fotos nicht einfach nur machst, sondern natürlich auch selbst sofort siehst, sie sofort nachbearbeiten kannst, zum Beispiel mit Instagram und irgendeinem Filter und auch sehr einfach nachbearbeiten kannst und sie natürlich veröffentlichen kannst für ein Publikum in der Größe von irgendwie fünf Leuten bis zu fünf Millionen Leuten und inzwischen natürlich viel mehr, weil Instagram halt riesig geworden ist oder TikTok oder ein soziales Netzwerk der Wahl einsetzen. Und diese komische Spirale, dass das iPhone natürlich eine Kamera auf der einen Seite ist, aber eben auch das Werkzeug, um all diese Sachen, die halt gefilmt und fotografiert werden, am Schluss wieder zu konsumieren, ist halt relativ einzigartig in dieser Verbindung. In der Mediengeschichte, glaube ich, am Schluss sind wir einfach an diesem Punkt. Das iPhone verbindet halt, also iPhone, das Smartphone per se natürlich, verbindet da alles miteinander und schließt diesen Kreis am Schluss. Ja, bis hin ja sogar, dass ja ganz neue Berufsbilder entstanden sind. Also der Creator zum Beispiel, der Traum vieler junger Menschen heutzutage, dann eben dann hauptberuflich eben solche Inhalte zu erschaffen, ist ja eng verknüpft auch mit dem Siegeszug des Smartphones und dem vor dir beschriebenen Arbeitsprozess, dass man eben von einem Gerät heraus, aus einer Situation heraus auch, sag ich mal, auch dieses Instant, das sozusagen in die Welt posten und nicht irgendwie den Videofilm drehen und dann ganz gemütlich hinterher zusammenschneiden, also so wie das hier jetzt gerade läuft mit uns beiden. Wir nehmen das auf und dann wird das natürlich dann im Schneideraum mit einer großen Schere, werden die einzelnen Filmstreifen zusammen komponiert. Natürlich. Das ist halt eben bei dieser Art von Nutzung halt heute nicht mehr. Und man sieht eben auch ganz klar, und da können wir dann auch die Brücke schlagen zum iPhone konkret, dass Apple dem ja auch Rechnung trägt. Also man merkt ja auch immer stärker, dass eben A, das Kamerathema klar als Fortschrittsthema gespielt wird und dass auch die Zielgruppe, die Creator und die, die es gerne sein möchten, auch immer mehr auch in Apples Fokus geraten und da eben auch bedient werden. Ein Glück, sage ich da an der Stelle, dass wir jetzt dann ein Button dafür haben. Das ist die logische Konsequenz natürlich aus all dieser Entwicklung, die wir gerade schon irgendwie angerissen haben, dass wir jetzt hier gelandet sind, dass wir bei der 16er iPhone-Generation tatsächlich noch einen. Es ist ja schon faszinierend, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren zwei Buttons mehr an den iPhones haben. Ist schon relativ irre, was auch immer da passiert ist. Auf jeden Fall haben wir zwei Buttons mehr. Und diese zwei Buttons, die sorgen ja durchaus auch für eine eigene Menge an neuen Fragen und natürlich Gesprächsstoff, weil sie durchaus, also ich meine, der Action-Button, den müssen wir heute nicht abhandeln. Aber der Kamera-Button ist natürlich in vielerlei Hinsicht faszinierend. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging. Du hast, glaube ich, dein iPhone 16 Pro Max jetzt schon ein bisschen länger in den Händen als ich. Wo bist du da mit diesem Kamera-Button gelandet für dich jetzt nach, weiß nicht, ein, zwei Wochen oder wie lange du damit rumrennst? Ich bin immer noch im Lernprozess, muss ich sagen. Und zwar im Lernprozess, mir anzugewöhnen, ihn überhaupt zu benutzen, weil ich natürlich darauf trainiert bin, eben alles über den Bildschirm zu regeln oder allenfalls über die Lautstärketastung auszulösen. Und das geht ja so unterbewusst in Fleisch und Blut über, dass es für mich immer noch ein aktiver Denkprozess ist. Ich nehme das Gerät in die Hand. Ach, ich wollte ja über den Kamera-Button, über die Kamerasteuerung gehen. Ja, und dann finde ich das schon an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn du eben die Hände voll hast, ganz nützlich, dass du auf diese Weise dann per Einhandbedienung die Kamera zumindest mal öffnen kannst. Aber dann kommt so die nächste große Barriere, diese Mehrdimensionalität der Steuerung dann im Folgenden. Also dieses, klar, ich meine einfach durchdrücken, auslösen, ist klar, das habe ich schon verstanden mittlerweile, aber dass du tatsächlich durch leichtes Antippen, etwas mittelmäßiges Antippen, hin- und herswipen und durch die Menüs da ja so multiple Möglichkeiten hast, das ist tatsächlich etwas, was ich noch erforsche, wo ich allerdings auch zunehmend so feststelle, hier und da ist es auch wirklich eine sinnvolle Erweiterung. Also bei mir ist es, um den konkreten Use Case zu nennen, ich war erst sehr auf dem Trip, ich muss irgendwie mit dem Zoom da arbeiten. Ich muss dann da die Kamera wechseln und bin da doch mal wieder auf der Bildschirmkontrolle gelandet. Was ich jetzt allerdings festgestellt habe, was viel praktischer ist, ist dann eben, dass ich die Belichtung damit ändere, was du ja bislang machst mit dieser kleinen Sonne auf dem Bildschirm und die fand ich immer ein bisschen fummelig und die ist eben über diesen Button dann doch deutlich zugänglicher. Ja, das ist natürlich schön, dass man jetzt in dieser Feingustierung dann über die Streichbewegung letztlich auf dem Kamera-Button plus halt dem Reihalb, also die Lernkurve ist schon sehr steil, muss man sagen. Wir kommen vom Action-Button her, ein Klick mehr geht da nicht und jetzt wollen wir plötzlich mehrere Dimensionen lernen. Ja, der Action-Button ist da im direkten Vergleich dazu, der ist ja unglaublich eindimensional, also zu eindimensional könnte man sagen, weil der macht einfach eine Sache mehr oder weniger oder halt einen Statuswechsel und der Kamera-Button, der will unglaublich viel auf einmal und da ist das letzte Wort, glaube ich, jetzt auch noch nicht gesprochen nach so kurzer Zeit darüber, wie das funktioniert, zumal Apple natürlich da auch noch viele Möglichkeiten hat, softwareseitig Dinge natürlich zu ändern, mehr Einstellungsmöglichkeiten zu haben. Also ich wünsche mir zum Beispiel viel, weil es ist sowieso so komplex, dann möchte ich bitte auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, was zum Beispiel in meinem kleinen Menü zugänglich ist, wenn ich mit dem Finger dann wische und halb reingedrückt habe. Was möchte ich verstellen? Zum Beispiel möchte ich nie zoomen, aber ich möchte durchaus das Objektiv wechseln, also inzwischen den in Anführungszeichen festen Brennweiten des iPhones möchte ich wechseln, aber ich möchte niemals den Zoom benutzen. Ja, weil das sind solche Sachen, also den brauche ich da nicht drin, andere Leute werden sicher irgendwas anderes brauchen oder so wie du sagtest, dass du halt die Belichtung anpassen willst, dann wird dir vielleicht sogar reichen, einfach nur die Belichtung aus, also das wäre vielleicht, all diese Anpassungsmöglichkeiten gibt es halt im Moment, weder mit 18.0 noch mit der Beta von 18.1 existieren diese Möglichkeiten noch nicht. Mal schauen, ob sich Apple da auch Gedanken macht. Ich meine, sie werden, glaube ich, sehr viel Feedback im Moment sammeln von Leuten, die auch erstmal damit konfrontiert sind und vielleicht auch überfordert sind. Und es schwingt so ein bisschen die Gefahr natürlich mit, dass man durch diese sehr hohe Lernkurve den auch einfach so ein bisschen links liegen lässt. Also entweder den Button ganz ignoriert, was eigentlich schade, also was ich als schade empfinden würde oder was aber gut funktioniert, natürlich einfach das Basis, die Basisfunktionalität abfrühstückt. Halt Kamera App öffnen, einmal drücken und dann nochmal drücken, Auslöser, Foto gemacht, fertig. Ja, das geht schnell. Ich glaube, das geht zuverlässig. Da gibt es kein großes Hickhack. Das geht einfach locker von der Hand und dann damit kann man eigentlich ganz gut fahren. Ja, ich habe den Eindruck, dass Apple tatsächlich bei der Entwicklung dieser Kamerasteuerung auch im Hinterkopf hatte, dass das einfach eine zusätzliche Möglichkeit, ein Angebot ist an die Nutzer und eben nicht der primäre und ausschließliche Weg, um zum Ziel zu kommen. Ich glaube, dann hätten sie diese Funktion wahrscheinlich auch anders nochmal durchdacht und hätten vielleicht auch, sage ich mal, auf die Fallstricke der Fehlbedienung oder der Missverständlichkeit ganz anders geachtet. Ich glaube, das ist ein Instrument, wo sie wirklich sagen, damit wollen wir eben die Foto-Nerds oder die Video-Nerds abholen und wollen ihnen da einen zusätzlichen, einen vielleicht nützlichen Weg einfach an die Hand geben. Und das, weil du sagtest, das wird auch vielleicht weiterentwickelt, das ist auch so meine Hoffnung. Also, dass sie tatsächlich eben auch hier etwas spielerischer unterwegs sind als jetzt beim Action-Button, den sie ja auch jetzt hier in Generation 2, also nicht der Hardware-Generation 2, aber in der zweiten Modellreihe und jetzt bei allen eingeführt haben und trotzdem ja mit der Einfachbelegung belassen haben, was ja umso fragwürdiger ist, weil sie gleichzeitig auf der anderen Seite diesen Button so vollgepackt haben mit Möglichkeiten. Mal schauen. Also, ich bin mal gespannt, inwieweit das Feedback einfließt. Der zweite Punkt ist natürlich aber auch der, dass sie ja noch andere Pläne haben. Die haben sie ja auch ja schon angetönt, dass sie eben ja auch dann in Richtung KI dann auch noch Belegungen planen für diesen Button. Es gab ja auch diese Fokussierungsmöglichkeiten noch, die sie unerklärlicherweise jetzt noch nicht eingebaut haben. Wobei mal ganz ehrlich, hattest du jemals ein Problem mit dem Fokus? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mal furchtbare Fokus-Probleme hatte. Ich meine, es ist natürlich der, also diese Fotos, nicht Fotos, sondern der Fokus-Log, wie heißt denn das auf Deutsch? Fokus-Sperre wahrscheinlich. Ich bekomme gerade auch den Deutschen. Ja, ja, genau. A, E, A, F-Sperre oder so heißt das ja auf dem Bildschirm. Genau, exakt. Also, dass du beides praktisch lockst, also Belichtung und Fokus und dann natürlich deinen, wie sagt man, deinen Kameraausschnitt verändern kannst, ohne dass halt sich eben der Fokus und die Belichtung verändern, mitverändern. Das ist natürlich was sehr Nützliches und das, also den Lock, mit dem Fokus selbst hatte ich nie Probleme auf dem iPhone, aber diesen Lock zu setzen, da musst du ja irgendwie praktisch doppelt tippen und nochmal draufhalten den Finger und da ist es so ein bisschen, das fand ich immer recht hakelig, ob das jetzt so viel besser mit diesem leichten Drücken auf den Kamera-Button ist, was auch ein eigenes Fingerspitzengefühl erfordert und so Übungen tatsächlich erfordert, weil jeder, der sich, und ich habe mir das im Vorfeld auch ein bisschen so vorgestellt, dass das halt so ungefähr ist, wie man das von Spiegelreflexkameras halt kennt, wo du den Auslöser halt halb reindrückst und dann fokussierst und dann ganz reindrückst, um die Aufnahme zu machen und dort hast du halt oft riesige Auslöser, die ja wirklich das Hauptelement natürlich sind und eine riesige Mechanik, mit denen du praktisch da diesen halben Druck machst und dann den nächsten Druck, während halt die Kamerataste beim iPhone, das ist also wirklich, man wird so leicht berührt und dann ist das irgendwie plötzlich dieser, man kann das und man kann es auch verstellen in den Bedienungshilfen, ist sinnvoll damit auch tatsächlich rum zu experimentieren, wenn man da Probleme hat, um es irgendwie sozusagen fester und leichter einzustellen, was einem da persönlich entgegenkommt. Also das ist schwierig und du hast eben gesagt, es ist natürlich ein Angebot an die Nutzer oder die Kunden oder die Käufer, aber es ist schon so, der ist natürlich an der Stelle des iPhones, an dem zumindest auch ich jemand bin, der da sehr oft hinlangt an diese Stelle. Also wenn ich das iPhone vom Tisch nehme, drücke ich eigentlich auf diesen Kamera-Button. Das ist suboptimal. Ich bin relativ schnell jetzt dazu übergegangen, den halt auf Doppelklick umzubelegen, weil ich tatsächlich zu oft den Einfachklick auslöse. Schöne Tischfotos gemacht. Ja, exakt. Das läuft dann. Oder halt zumindest die Kamera geöffnet. Und das ist ja auch nervend andauernd, die Kamera-App zu öffnen. Also insofern, das war mein Ausweg. Ich hatte jetzt auch schon, dass ich das Schatz irgendwie in einer Fahrradtour hinten in der Tasche drin und da hat das fröhlich Fotos von meiner Tasche gemacht am Wochenende. Sehr interessantes Erlebnis, aber war halt jetzt auch nicht so super hilfreich für mich unterm Strich. Und das ist faszinierend, dass dieser Button doch so viele Konsequenzen hat im normalen Handling vom iPhone, was man halt natürlich sonst so gewohnt ist. Also ich glaube, da muss jeder für sich irgendwie den richtigen Weg finden. Und meine, die Befürchtung, die bei mir so ein bisschen mitschwingt, ist, dass es halt auf jeden Fall Nutzer geben wird, bei denen das auch so ein, also vielleicht auch ein negatives Element hinterlässt, weil der Knopf halt unterm Strich mehr stört, als sozusagen positiv zu sein. Du kannst ihn ja auch einfach komplett deaktivieren, aber das ist natürlich auch komisch. Du hast da eine Taste mehr, die halt überhaupt keine Funktion hat. Das ist auch sehr seltsam. Ja, also von Leuten, die jetzt nicht Apple-Geräten-Nutzer sind, bin ich auch gefragt worden, warum redet ihr eigentlich so viel in den Apple-Medien darüber, über so einen Button? Also was ist denn so spannend an einem Knopf? Habt ihr nichts anderes, worüber ihr reden könnt? Und die Antwort darauf ist, doch, natürlich, aber Apple hat ja eine Philosophie, dass sie sich auf das Nötigste reduzieren und dass sie sich wirklich wohl und genau überlegen, was für Bedienelemente sie haben. Deshalb hast du ja so amüsant vorhin angemerkt, dass es ja ein Wunder ist, dass wir in so kurzer Zeit zwei Buttons gekriegt haben, nach Jahren des Minimalismus, wo das eher zurückgefahren wurde. Und umso mehr versucht der Nutzer von Apple-Geräten natürlich zu ergründen, was ist der Gedanke dahinter gewesen? Und dass Apple diesen, sag ich mal, diesen für sie ja ihrer Philosophie widersprechenden Schritt gegangen sind, eben diesen Kamerabutton, oder diese Kamerasteuerung zu installieren. Und man sieht ja auch das von dir beschriebene Dilemma mit der Fehlbedienung ja schon ein wenig in der Konstruktion, dass dieses Swipe-Feld oder generell der Button ja schon etwas gegen Fehlbedienung abgeschirmt sein soll, indem man halt wirklich da reindrücken muss und dann so, was allerdings bei der aktiven Bedienung wieder ein bisschen hinderlich ist, muss ich sagen. Also wenn man jetzt nicht ganz filigrane Finger hat, da dann drauf zu swipen, jetzt zum Beispiel bei dem stufenlosen Zoom, ist dann doch sehr, sehr anstrengend mitunter und du bist dann wirklich schneller beim Ziel, indem du einfach auf dem Bildschirm dieses Drehrad auf dem Bildschirm dabei holst oder ganz simpel mit den Fingern aufswipest, weil du einfach mehr Kontaktfläche hast. Und also es muss schon ein recht interessanter Konstruktionsprozess auch gewesen sein mit der Frage so der Abwägung, was Apple sich gedacht hat und wie sie das realisieren. Und man darf ja wohl auch die Frage stellen, ob es im Ergebnis denn auch wirklich gelungen ist, das so ist, wie es sich jetzt dann eben präsentiert. Ja, da ist eben diese interessante Frage, warum auch diese schon angesprochenen Funktionen halt teilweise noch nicht da sind und warum die nicht fertig geworden sind. Also wo ist da, wie ist diese Entwicklung halt abgelaufen von dem Kamera-Button und der softwareseitigen Umsetzung? Also das sind bei mir auch viele Fragezeichen. Also ich habe, als die Gerüchte davon aufkamen, erschien mir das schon sehr positiv, weil ich mich darüber gefreut habe, einen eigenen Auslöser und eine eigene Taste zu haben, um halt die Kamera schnell zu öffnen, weil es ist einfach eine Kernfunktion, die auch ich mit meinem iPhone halt mache und benutze, Fotos damit zu schießen. Und da finde ich, ist es auf der einen Seite schon begrüßenswert, da immer mehr Optionen zu haben, schneller eben zu diesem Punkt zu kommen, dass du das Foto schießen kannst. Und jetzt inzwischen haben wir jetzt ja mit iOS 18 sowieso schon mehr Wege. Da haben wir ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Du hast ja jetzt schon mehr Wege bekommen, um deine Kamera-App der Wahl zu starten. Und du hast ja jetzt, jetzt hast du wirklich viele Möglichkeiten, um diese Kamera-App zu starten. Also die kann man auch mal zählen, wie viele Möglichkeiten. Wir haben sicher fünf Möglichkeiten inzwischen, wie du überall Kamera-Apps startest. Und du kannst natürlich auch verschiedene Kamera-Apps mit verschiedenen Funktionen starten. Das macht es also relativ verrückt. Also du könntest irgendwie auf dem Sperrbildschirm eine Kamera-App legen, auf die Kamerataste eine andere Kamera-App. Und dann hast du ja immer noch das Lockscreen zur Seite, Vision gehst, da hast du immer noch, da landest du dann in Apples Kamera-App. Also die Flexibilität an Kamera-App-Öffnungen ist jetzt, glaube ich, relativ hoch. Und das ist ja zumindest erfreulich, dass sie da jetzt von Anfang an halt auch eine Schnittstelle mitgeliefert haben, mit der sich halt andere Kamera-Apps auch an den Button anhängen können. Aber auch da sieht man zum Beispiel im Moment noch, da gibt es zwei, ich meine, Instagram ist da jetzt schon aufgesprungen und Haylight als so ein Klassiker sind halt beide da an Bord. Aber in beiden Apps war noch keine Feinjustierung möglich. Also beide Apps benutzen das im Moment nur, oder ich habe was übersehen, aber beide Apps benutzen das im Moment nur, um halt die App zu öffnen und dann halt im nächsten Schritt ein Foto zu schießen. Aber du hast halt keine, du kannst nichts ändern durch dieses, durch das sonstige Vision, was die Apple halt in der Kamera-App bietet. Und ich bin mal gespannt, wo wir da, ob die sich entschieden haben, nee, es ist uns zu kleinteilig, oder ob die sich erstmal jetzt wollten, erstmal die Basisfunktion herstellen und dann kommt irgendwie später alles noch hinterher. Bei Haylight könnte ich mir vorstellen, dass die ja sicher auch noch eine Idee haben, was sie da alles drauflegen könnten auf diese Justierungsmöglichkeit. Ja, es ist vielleicht natürlich auch die Frage als Entwickler, wie viel Energie verwendest du jetzt auf einen Button, der jetzt erstmal nur bei eben den neuesten Geräten da drin ist. Ich meine, immerhin sind ja gleichermaßen Pro- und Standardgeräte abgedeckt. Das ist sehr viel wert, auch für die Entwickler. Ja, aber dennoch darf man natürlich nicht überzogene Erwartungen haben. Und andere Funktionen wollen auch weiterentwickelt werden. Dementsprechend dosieren die wahrscheinlich ihre Aufmerksamkeit und sehen das vielleicht ähnlich wie Apple, dass sie einfach sagen, wenn das Ding zündet, dann können wir immer noch ein Briket drauflegen, anstatt dass wir jetzt alle Entwickler drauf ansetzen und dann im Endeffekt dann feststellen, es ist dann vielleicht doch nur die Touchbar an der Seite sozusagen, die dann da eingeführt wurde. Ja, ich, ich, den Kommentar hat man ja jetzt ab und zu gehört. Und dieser Verweis auf die Touchbar, ich habe immer wieder jedes Mal drüber nachgedacht und bin noch zu keinem Ende in meinem Gedankengang dazu gekommen, über was ich eigentlich von diesem Vergleich mit der Touchbar halte. Weil die Touchbar hatte ja auch interessante Elemente, aber die war, glaube ich, vom Grund auf, als die so im ersten MacBook Pro kam, da war, mit der war so viel falsch von Tag eins, ähm, das, und abgesehen davon, dass die sich auch nie nennenswert weiterentwickelt hat über all die Jahre, die Apple sie verbaut hat, ähm, dass, dass die, die war einfach plötzlich da und dann war sie Jahre später plötzlich weg und dazwischen gab es keine Fortentwicklung und es gab keine Schritte und es gab so viele Probleme, weil du halt den Kontext-Switch hast zwischen dem, wir müssen jetzt über die Touchbar, müssen wir, glaube ich, nicht mehr im Detail reingehen. Gerne, gerne ausführlich, aber ja. Und, und ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich halt diesen, diesen Vergleich, diesen Vergleich mit der Touchbar akzeptiere, sozusagen, weil der Kamerabutton mit seinen Komplexitäten, der hat halt eine, eine ganz andere Menge von, von Problematiken, die mit ihm mitschwingen, aber auch natürlich ein ganz andere, der hat zumindest nicht den Nebeneffekt, den die Touchbar ja hatte, dass die Touchbar ja etwas ersetzt hat, nämlich die, die ganz klassische Taste, was halt super frustrierend war, wenn du die brauchtest. Und der Button jetzt, der kann halt frustrierend sein, wenn du den aus Versehen bedienst und Fehleingaben hast oder denkst, ach, ich brauche den gar nicht oder so wie ich halt das iPhone immer an der Stelle benimmst, wo halt dieser Kamerabutton ist. Und dann kann man, muss man tatsächlich in die Einstellungen sich halt mal durchwusteln und schauen, dass man da die Settings so anpasst, wie das für einen persönlich am besten ist. Ich habe mich so ein bisschen getriggert mit der Touchbar. Und ich finde, ich finde diesen Vergleich ja aus den von dir genannten Gründen ja ebenfalls Hanebüchen. Für mich ist eigentlich eher der Vergleich, wenn man überhaupt einen Vergleich zieht zu 3D-Touch angemessen hat. Weil 3D-Touch war auch eine additive Bedienungsmethode, die auch manches, wenn man es wusste, wie es geht und wo die Funktionen sich verbergen, einfacher gemacht hat. Und am Ende entsprang es dem gleichen Dilemma, was man auf Smartphones hat, dass man eben, ja, man hat immer mehr Funktionen und möchte eigentlich mehr Steuerungsoptionen haben. Aber je komplexer es wird, desto höher die Lernkurve ist, desto schwieriger wird es, solche Funktionen durchzusetzen. Und das sehe ich halt bei der Kamerasteuerung auch. Vieles, was sie kann, bleibt ja ein Stück weit im Verborgenen. Wer jetzt dieses Tutorial am Anfang nicht genau mitverfolgt hat, vergisst vielleicht ganz schnell wieder, dass man da nicht nur eben dann, dass damit die Kamera anschalten und auslösen kann, sondern dass man da eben alle möglichen Menüs noch dann eben dann steuern kann oder was man vielleicht in Zukunft noch so damit machen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich eher die große Herausforderung der Kamerasteuerung, der sich stellt und das Risiko, dass Apple da auch eingeht, dass das wie 3D Touch am Ende eine sehr gute Idee sein könnte, die aber dann nur teilzündet oder eben zumindest nicht in dem Umfang, wie sie das Potenzial momentan darin sehen. Dafür, dass halt wirklich jetzt in jedem iPhone praktisch, in jedem neuen iPhone dieser Extra-Button mit drinsteckt, ist es natürlich für Apple sicher an einem gewissen Punkt auch eine Kostenfrage, so wie 3D Touch ja auch eine Kosten, einen zusätzlichen Preis hatte, diese Technik ins iPhone zu integrieren, diese sehr versteckte Technik ins iPhone zu integrieren. Ich meine, der Kamerabutton ist sehr sichtbar, vielleicht zu sichtbar eben und zu greifbar, aber da wird, also Apple wird sicher, irgendjemand bei Apple wird sich sicher hinsetzen und mal so eine Berechnung aufstellen, was kostet uns eigentlich diesen Kamerabutton da einzubauen. Der ja wirklich eine hohe Komplexität hat, eben dadurch, dass er halt so viele verschiedene Elemente plus halt Berührungsempfindlichkeit und so weiter kombiniert und sich überlegen, wie sinnvoll ist es halt so ein, wie sinnvoll ist es praktisch, einen Button mit einem Trackpad zu kombinieren? Oder hätte es nicht gereicht, einfach einen Button da einzubauen, den du halt drückst, um die Kamera-App zu öffnen und dann dein Foto zu schießen und alle wären zufrieden gewesen? Ja, in der Sache ja, grundsätzlich, aber ich glaube, dass Apple auch die große Chance gesehen hat, das Vorschaufenster der Kamera-App wieder größer zu machen, dass du einfach dann ein paar Kontrollen entrümpelst, weil man sieht ja, wenn man eben die Kamerasteuerung benutzt, dass der Vorschau-Bildschirm eben vom iPhone größer wird, weil diese ganzen On-Screen-Controls dann erstmal dann ausgeschaltet werden. Ich glaube einfach, dass das auch die Idee ist, denn das Dilemma sehen wir ja jetzt schon seit einiger Zeit. Die Kamera-App von Apple, die System-App wird immer mächtiger, hat immer mehr Funktionen, aber es wird eben auch immer schwieriger, weil entweder, wenn sie die ganze Zeit auf dem Screen sind, verdecken sie was oder aber du hast dann oben dieses kleine Pfeilchen, was du drücken kannst und dann klappt hier was aus und dann klappt da was aus und dann kannst du hier was hinscrollen und da was hinscrollen und ich habe mich schon einige Male ertappt, dass wenn ich zum Beispiel diese Zeitauslösung gesucht habe, dass ich da verdammt langen Weg gehen musste, bis ich die mal entdeckt habe. Ja, die Komplexität der Kamera-App ist inzwischen echt extrem hoch, sobald du anfängst, da mit den Einstellungen zu hantieren, wird es doch schnell wild und zumal ja manche Einstellungen musst du wirklich in die Systemeinstellungen, also musst in die iOS-Einstellungen für manche Einstellungen, für andere Einstellungen, kriegst du die irgendwie in der Kamera-App natürlich selbst auch geregelt. Manches erreichst du nur, indem du den Finger draufdrückst, oben zum Beispiel irgendwie den Blitz zu verstellen und solche Sachen, den kannst du irgendwie durch gedrückt halten, dann die Standard-Einstellungen auch ändern und da sind so viele, auch so viele versteckte Elemente drin und so viel Komplexität. Aber es ist natürlich lustig, diese Komplexität, die diese Kamera-App hat, einfach durch eine andere Komplexität zu bewerfen, indem du nämlich diesen irren Button mit Trackpad halt einbaust und sagst, hey, wir lassen alles, was Apple übrigens mit dieser desaströsen deutschen Beschriftung in den Einstellungen Vorschau löschen. Das ist die Beschreibung der Funktion Vorschau. Das heißt, Vorschau löschen heißt, okay, wenn du den Kamera-Button drückst, dann gehen alle Bedienelemente weg. Da wird nichts gelöscht, da wird keine Vorschau gelöscht, aber es heißt einfach so, Leute verstehen nicht, was Vorschau löschen heißt. Was macht diese Funktion? Die Funktion macht folgendes, sie lässt alles vom Bildschirm verschwinden, weil das kann einen ja auch irritieren, weil es gibt ja Leute, die dann doch wieder merken, ah, ich habe jetzt den Kamera-Button benutzt, aber eigentlich will ich dann doch wieder das auf dem Display praktisch über meine Touch-Bedienelemente, über die normale Bedienoberfläche machen und dann musst du halt erst mal einmal drücken, damit die wieder zurückkommt und so weiter. Ich glaube, da kann Apple auch noch viel fein justieren und da werden wir sicher sehen mit den nächsten Punkt-Versionen von iOS 18, da wird sicher noch nachjustiert, aber im Moment ist es, es ist viel für neues iPhone und für Leute, die eben an Fotografie und iPhone-Fotografie interessiert sind speziell, man muss da schon einiges, muss schon einiges da erst mal über sich ergehen lassen sozusagen und sich da mit einigen auseinandersetzen, glaube ich, und es ist echt empfehlenswert in die Einstellungen zu gehen und sich da einmal in Ruhe durchzuarbeiten ernsthaft und zwar über die Kameraeinstellungen und die Bedienungshilfeneinstellungen für den Kamerabutton und zu schauen, welche Einstellungen da ideal sind. Ja, vor allem die Bedienungshilfen, die drängen sich da in dem Kontext nicht so auf, weil ja eben die Einstellungen in der Kamera-App schon so auskömmlich aussehen, dass man denkt, da kann sich ja gar nicht noch was Weiteres verbergen. Da wäre vielleicht auch, ja, ich meine, das ist wieder ein generelles Einstellungsthema bei Apple, aber so querverweise, dass du eben dann auch von der Kamera-App vielleicht in die Tiefen der Bedienungshilfen dann mit einem Swipe oder einem Klick hinkommst, wäre halt für die Zukunft auch ganz nützlich, weil ich glaube, das überfordert viele dann eben wieder den ganzen Hierarchiebaum hoch zu gehen und dann wieder runter zu gehen und ist auch ein bisschen nervig insgesamt. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel über die Kamerasteuerung gesprochen, aber sie ist ja tatsächlich auch ein Headliner-Feature eben der neuen iPhones und es erschöpft sich aber damit ja nicht. Es ist ja tatsächlich ja auch bei den Kameras, bei den Objektiven etwas getan worden, allen voran beim Pro, bei den Pro-Modellen, wo wir jetzt ja dann 48 Megapixel Ultra-Weitwinkel haben. Von allen Änderungen der letzten Jahre, ist das eine, die für dich signifikant ist? Ja und nein. Also es ist ja so, dass wir mit dem iPhone 14 Pro hatten wir eben den Sprung, dass zum ersten Mal eine von den Smartphones, einer von den Sensoren, eine von den Kameras praktisch diesen 48 Megapixel, 48 Megapixel Sensor mitgebracht hat und das war beim iPhone 14 Pro damals, glaube ich, ein relativ großer Sprung, auch von dem, was da Apple irgendwie am Schluss rausgeholt hat an Fotos und Möglichkeiten halt damit auch mehr Bildelemente halt einfach aufzusaugen, simpel gesagt. Und da war irgendwie relativ klar, okay, langfristig kommen wir wahrscheinlich dahin, dass natürlich auch für die anderen Objekte, also auch die anderen Sensoren natürlich am Schluss irgendwann 48 Megapixel Sensoren werden, die dann halt mehr Möglichkeiten entsprechend bieten bei der Aufnahme. Man muss immer dazu sagen, achten, also ich meine, früher waren es 12 Megapixel, jetzt sind es 48 Megapixel, 48 ist mehr als 12, deshalb ist gleich besser, das ist eine sehr einfache Weiterschreibung, es gibt auch jetzt immer wieder, es gab gerade irgendwie so ein YouTube-Video, was wild diskutiert wurde, wo jemand gesagt hat, Apple belügt, alle 48 Megapixel ist Quatsch und die Kunden werden belogen und so weiter. Die 48 Megapixel allein sagen wenig über die Qualität von der Kamera aus, also das ist kein Qualitätsmerkmal, dass das jetzt ein 48 Megapixel-Sensor ist. Die Frage ist halt immer, wie groß ist der Sensor, wie ist überhaupt die ganze Optik und da spielen so viele Elemente mit und deshalb macht es auch schwer, also zum Beispiel ist es irgendwie Quatsch, diesen 48 Megapixel-Sensor zum Beispiel mit irgendeiner ernsthaften Kamera zu vergleichen, die vielleicht auch einen 48 Megapixel-Sensor hat, nur wird der wahrscheinlich irgendwie drei, vier, fünf, sechs, zehnmal so groß, na zehnmal vielleicht nicht, aber deutlich größer sein als halt der Sensor, der im iPhone drin ist und zwar für die, der größte, der einzig richtig große oder ernsthaft größere Sensor ist ja der Sensor für die Hauptkamera und jetzt haben wir halt zwar auch den 48 Megapixel, aber trotzdem ist ja zum Beispiel der 48 Megapixel-Sensor für das Ultraweitwinkel, der ist ja ein kleinerer Sensor als der der Hauptkamera. Das heißt, du kannst nicht dieselbe Qualität praktisch am Schluss von dem Ultraweitwinkel erwarten, von dem, was du jetzt von der Hauptkamera gewohnt bist und am Schluss sind wir jetzt da angekommen, dass ich mag das Ultraweitwinkel sehr gern, ich fotografiere auch gern mit dem, aber es hat halt immer so offensichtliche Probleme gehabt, vor allem so an die Richtung Ränder hin, wo es fängt dann an irgendwie zu brechen und etwas hakeliger zu werden und das löst das 48 Megapixel-Ultraweitwinkel vom 16 Pro und 16 Pro Max löst das bei mir nicht auf. Also es ist so, das, ich meine, du kannst halt jetzt natürlich, du kannst auch in RAW in 48 Megapixel schießen jetzt mit diesem Ultraweitwinkel, was ich wahrscheinlich unter dem Strich selten machen werde und du kannst sicher argumentieren, dass das Ultraweitwinkel jetzt insgesamt so ein bisschen weiter ist, als zum Beispiel noch beim iPhone bei der 14er Reihe oder so, aber jetzt so im Vergleich, direkten Vergleich zum Beispiel zum 15 Pro oder 15 Pro Max würde ich sagen, okay, es sieht ungefähr so aus wie vorher unter dem Strich. also ich meine, klar, da spielt auch das Makro, also gerade beim Makro ist vielleicht, also ich meine, da fallen am Schluss auch 12 Megapixel-Fotos raus, aber du hast halt diesen 48 Megapixel-Sensor, wo du zumindest auf dem Datenblatt eigentlich mehr Details einfangen können müsstest und damit deine Makro-Fotos nochmal auf ein Level weiterbringen müsstest, als mit einem vorherigen iPhone-Generation. aber ich finde, zumindest was ich bis jetzt bei mir gesehen habe, fand ich die Unterschiede sehr minimal. Also man weiß nicht, ob du vielleicht, bist du irgendwie vom Hocker gefallen, als du mit dem Ultra-Weitwinkel fotografiert hast jetzt vom 16 Pro Max? Nein, ich muss gestehen, ich bin das nicht, wobei ich jetzt auch noch nicht so viele Low-Light-Fotos gemacht habe und ich könnte mir der Art vorstellen, dass da eben das doch reichlich spürbar ist, da war das Weitwinkel ja jetzt durch die letzte Verbesserung ja doch erheblich besser geworden und manches Mal habe ich dann mit Bedauern auf Weitwinkel geschaltet, weil ich dachte, es ist einfach jetzt von der Lichtgeschichte her besser damit, als wenn ich jetzt mit den anderen Kameras arbeite. Also es sind halt Verbesserungen im sehr Speziellen, aber die hängen natürlich auch letzten Endes ab, dann welchen Use Case man dann eben hat. Ich meine, das Ultra-Weitwinkel seit Anbeginn seiner Tage gab es ja immer Diskussionen darüber, ob das jetzt eigentlich so eine wichtige Kamera ist oder ob das nicht und Hochhausflucht in New York sozusagen dann seinen größten Nutzen entfaltet. Ich glaube, es ist ein wenig gering geschätzt, also ich nutze es auch tatsächlich häufiger, aber natürlich Weitwinkel und ich würde an zweiter Stelle auch immer das Tele nehmen, das sind natürlich in der Realität, in der Nutzungsrealität vieler Menschen die meistgenutzten Objektive, weil sie einfach dann, ja, sie haben Dinge, die wollen sie direkt vor sich fotografieren und sie haben Dinge, die sie heranholen wollen. Was uns dazu führt und das freut dann Interessenten eines kleineren Pro-Gerätes, das jetzt wieder aufgeholt wird. Also die, das Fünffach-Tele, das ja letztes Jahr beim Pro Max eingeführt wurde anstelle von Dreifach, es blieb ja den Pro Max vorbehalten, mancher muss den sauren Apfel beißen und ein großes iPhone kaufen, wenn er das unbedingt haben wollte, weil das Pro-Boot ist nicht und die gute Nachricht ist, jetzt ist das wieder auf Gleichstand. Definitiv erfreulich für alle, die halt nicht auf diesem Max-Level unterwegs sein wollen. Also ich glaube, diese Option jetzt zu haben, eben das 12 Pro auch mit dem Fünffach-Tele zu bekommen, ist natürlich schon ein Schritt nach vorne. Ich meine, es gab im Vorfeld ja auch schon ein bisschen Diskussionen, weil es auch Leute oder Argumente gibt, ich habe lieber ein Dreifach oder was Dreifach ist, glaube ich, ungefähr 77 Millimeter Brennweite entspricht so vom klassischen her und das Fünffach ist halt 120 Millimeter. Also du hast natürlich schon, du bekommst natürlich ein ganz anderes Bild am Schluss dabei heraus und dafür, da gibt es sicher, also es gibt sicher Leute, die werden das dreifach bevorzugen und es wird Leute geben, die werden das fünffach bevorzugen und du hast natürlich die Problematik und das ist was, wovon ich wirklich aktiv abrate, ist natürlich die Zwischenstufen dadurch zu lösen, dass du eben den digitalen Zoom heranziehst, weil du kannst ja natürlich relativ, wir hatten vorhin schon gesprochen, auch über die Kamerasteuerung, du kannst ja natürlich einfach oder dieses Schieberät, nee wie sagt man diesen Kreis, dieses Schieberätchen, du kannst ja sozusagen zwischen den festen Zoomstufen, in Anführungszeichen, also zwischen den festen Brennweiten kannst du ja durch dieses Zoomrad hin und her zoomen, bis halt auch viel weiter noch über das Fünffach hinaus, aber da sind Leute, da teilweise wissen Leute so, okay über das Fünffach darf ich nicht gehen, weil dann wird es irgendwie digitaler Zoom und dann wird es problematisch, aber es wird natürlich auch zwischen 2x und 5x ist der digitale Zoom problematisch, weil du verlierst definitiv, kann man drüber dann diskutieren, ob das einem wichtig ist und je nachdem was man für ein Foto macht, ist vielleicht auch einfach egal, aber du verlierst auf jeden Fall Details, im Bild wirst du verlieren, wenn du nicht auf diesen festen Brennweiten arbeitest, sondern in diesen Zwischenstufen und das muss einem nicht immer wichtig sein, weil manchmal will man ja nur irgendeinen Detail halt gerade ranholen und dann ist es egal, wie das am Schluss aussieht, aber wer da irgendwie, wer sozusagen das Maximum aus der Kamera rausholen will, der sollte sich an diesen festen Zoom-Stufen entlanghangeln und mit denen arbeiten und dann lieber tatsächlich im Nachhinein eigentlich entweder sei es am Computer oder am iPhone selbst, halt reinzoomen und den Bildausschnitt entsprechend vergrößern, weil dann kann man es immer noch so machen. Ja, ein wichtiger Hinweis, ich meine, die Pro Max-Besitzer des Vorjahres sind es mittlerweile gewöhnt, die haben diese Erfahrung gemacht, wenn sie so aus Gewohnheit auf dreifach gegangen sind, dass sie festgestellt haben, die Qualität war auch schon mal besser von den Bildern, aber wer jetzt dann beim Pro gewartet hat ein Jahr, um dann eben, dass das gleich zieht oder was ja der häufigere Fall ist, von weiter zurückreichenden Generationen des iPhones kommt und dreifach gewöhnt ist, also ja, ich liebe das Fünffach-Tele, das habe ich glaube ich auch in unserer Jahresrückblicks-Folge gesagt, dass das für mich ein Highlight war im letzten Jahr und das ist nach wie vor so, ich würde sogar mehr nehmen, ich habe ja Apple das auch schon gesagt im Interview, dass ich keine mehr hätte. Kann man ruhig mal wünschen, darf man immer heißen. Ja, klar, es ist ja bald Weihnachten, aber im Endeffekt wirft das, also ich meine, das Fünffach, der Wechsel von Dreifach auf Fünffach hat ja schon das Dilemma aufgezeigt, in dem sich Apple bewegt, wenn sie keine zusätzliche Brennweite einbauen, dass sie dann eben diesen Gap vergrößern. Die Sprung ist groß, ja. Und Fünffach ist halt auch schon teilweise extrem nah dran, also manchmal sehnst du schon drei oder dreieinhalbfach zurück, damit du dann eben das näher ranholst, aber auf der anderen Seite eben auch nicht zu nah ranholst, dass es nur noch ein Detailfoto ist. Tja, ist eine Sache, die wir nicht auflösen werden können, solange Apple sich nicht entscheidet, dann, sag ich mal, wie so Spinnenaugen hinten dann so 20 Objektive einzubauen. Da gibt es ja schon Witzbilder, die dann immer so iPhone 2027 und dann so die ganze Rückseite natürlich mit verschiedenen Linsen übersät. Wo wir vielleicht nochmal zu Apple 7 Objektiven kommen, die ja glaube ich auch irgendwo versprochen werden. Ich weiß nicht, ob es auf der iPhone 16 Pro Seite irgendwie mit draufsteht. Ist ja am letzten, also da ist ja jetzt keins dazugekommen, zwei ja bei dem 15 Pro und 15 Pro und 15 Pro Max war es ja auch schon so, dass du praktisch in Anführungszeichen sieben Objektive hast. Und da kann man natürlich viele Witze drüber machen, wenn man sich natürlich so die Brennweiten einfach anschaut, die Apple praktisch abdecken will, dann kommst du irgendwann auf diese sieben Objektive. Also wir haben halt einfach das Makroobjektiv, Nummer eins, wir haben einen Ultraweitwinkel, das ist glaube ich 13 Millimeter ungefähr, das ist Nummer zwei, dann haben wir natürlich einfach die Hauptkamera mit 24 Millimetern und dann hast du ja mit der Hauptkamera seit letztem Jahr bei den Pro Modellen noch die Option zu variieren zwischen 24, 28 und 35 Millimeter. Das sind natürlich klassische, alte, alte klassische Brennweiten. Da sind wir schon bei vier, habe ich mich verzählt, oder sind wir schon bei fünf? Auf jeden Fall kommt noch die 2X-Zoom-Stufe kommt noch dazu, was um 50 Millimeter Objektiv entspricht, wo sie ja sozusagen die Mitte, die 12 Megapixel aus der Mitte des Sensors sich rausschnappen und damit halt ein 2X, ein 50 Millimeter Aufnahme machen, was relativ, da kommt auch eine schöne Aufnahme bei raus. Also ich mag das zum Beispiel sehr gern, weil dieses 50 Millimeter ist ja auch so ein Klassiker nicht von ungefähr in der Fotografie, dass Leute halt mit einem 50 Millimeter Objektiv fotografieren, weil halt der Bildeintritt relativ natürlich unserem eigenen Augenbild Eindruck entspricht. Ja und dann haben wir natürlich als letztes halt noch das Zähle, was jetzt halt 120 Millimeter sind, da haben wir nämlich eben diesen Sprung von 50 zu 120 Millimeter, was schon relativ, also wenn das ist einfach ein massiver Sprung und dann, wenn, ich habe mich irgendwo verzählt zwischendrin, aber es sind sieben am Schluss, also da sind diese sieben Objektive versteckt, wer sie nochmal nachzählen will, wird irgendwie auch auf sieben kommen am Schluss und da gab es natürlich immer auch die Diskussion, ist das denn mehr, als wenn ich am Schluss selbst meine Bilder praktisch beschneide, weil ich kann ja auch mit dem, irgendwie mit dem 24 Millimeter, mit der Standard Hauptkamera kann ich ein Foto machen und dann praktisch so weit reinzoomen, dass es halt irgendwie dem 35 Millimeter entspricht und das stimmt auf der einen Seite natürlich, ja, so ist es, irgendwie, ja, das ist natürlich in Anführungszeichen ein Fake-Objektiv, aber auf der anderen Seite berechnet die Kamera ganz offensichtlich oder das ganze System berechnet offensichtlich mehr als einfach nur ein Crop, also einfach nur reinzuschneiden, also das heißt, kann man auch selbst natürlich mal vergleichen oder versuchen zu vergleichen, indem man halt einfach das 24 Millimeter Foto macht und dann halt nochmal mit Apples Zusatsobjektiven sich auf 35 ranzoomt und es dann mal vergleicht mit dem, was man halt rausholt, wenn man es einfach nur nachträglich in irgendeiner Foto-App der Wahl bearbeiten würde. Es sei der Vollständigkeit halber noch aufgezählt, bei der Hardware, das iPhone 16 hat sich ja auch noch etwas verbessert, einerseits haben wir eine andere Anordnung der Kameras, warum das so ist, da sprechen wir gleich drüber, das 12, das Ultra-Weitwinkel mit 12 Megapixels über den Standardmodellen wurde auch verbessert, ja und warum haben wir diese andere Anordnung der Kameras, wir haben jetzt Spatial Videos und Fotos und da vielleicht die Frage, ich meine, das ist ja so der Vision Pro entsprungen sozusagen, das Apple ja, das hatten sie im Vorjahr schon bei den Pro-Modellen gemacht, dass man da die Möglichkeit hat, eben ein entsprechendes Material anzufertigen, jetzt kann man das mit allen Modellen des iPhones, verhaltener Applaus habe ich so den Eindruck, also das lässt die Leute so ein bisschen kalt oder täusche ich mich da? Ja, ich vermute, dass, also ich meine, Apple ist da einfach sehr früh dann dran damit, ich war ja erstaunt, dass sie es im letzten Jahr dann so schnell überhaupt ins 15, in die 15 oder in die Pro-Reihe zumindest gebracht haben und es waren ja ursprünglich auch nur die Videos, Special Videos und damals war es, glaube ich, ein wichtiges Zeichen halt, dass du praktisch das iPhone als eben als Produktions-, als Content-Produktionsmedium verstehst, was halt Inhalte für die Vision Pro liefert. Jetzt haben wir das 16er, wo, ich meine, du kannst jetzt eben auch Special Fotos machen, aber es hat sich qualitativ sehr wenig geändert, da kann man auch gerne mal in TMBT reinhören in die letzte Episode, weil wir uns da auch drüber unterhalten haben und die sind so ein bisschen, das ist, was da an Qualität rausfällt, ist halt nicht so richtig zufriedenstellen und gerade bei den Videos ist es ja so, du hast ja, also auf 4K sind wir da noch gar nicht, das heißt, wenn du sagst, oh, vielleicht werde ich in ferner Zukunft auch mal so irgend so eine Spatial-Hardware wie die Vision Pro oder Vision 27, wenn sie billig ist oder so, halt kaufen und benutzen und hab dann auch diese Spatial, diese räumlichen Fotos, aber dann sollte man, glaube ich, nicht jetzt anfangen, schon mal räumliche Videos zu drehen, in der Hoffnung, dass man die in ferner Zukunft mit so einer Hardware dann anschaut. Also ich muss dazu sagen, diese Spatial-Fotos sind was sehr Faszinierendes, also wer eine Vision Pro schon mal in den Fingern hatte oder sich auch die Demo bei Apple angeschaut hat und du kennst das ja auch, die haben schon einen unglaublichen Effekt und gerade wenn das die eigenen Fotos sind und halt persönliche Erinnerungen sind, dann ist das schon unglaublich mächtig und deshalb, ich begrüße das, dass ich die Möglichkeit habe, das halt mit dem iPhone auch zu schießen, dass das zumindest eine Option ist. Ich bezweifle auch, dass das allzu viele Leute nutzen und gerade bei Videos musst du halt wirklich auch einfach einen qualitativen Einbuße für dein 2D-Video in Kauf nehmen, die halt unglücklich ist und bei den Fotos ist es glaube ich so, da müsste ich mir, die Spatial-Fotos habe ich mir noch sehr wenig angeschaut, deshalb, bevor ich mich hier auf allzu dünnes Eis bewege, also das sind, sollte man irgendwie aufpassen, dass man halt jetzt keine Einschrift, Abstriche macht in dem, was man aufnimmt in der Hoffnung, dass man das vielleicht in Zukunft als Spatial-Video sich anschaut, das würde ich glaube ich, diesen Kompromiss würde ich da nicht in Kauf nehmen. Ja, zumal für viele das wahrscheinlich auch nicht greifbar genug ist, der konkrete Nutzen, weil die Vision Pro einfach sehr vielen zu teuer ist, gegenwärtig noch am Anfang stehend, also das könnte sich als wegweisend erweisen, dass Apple das frühzeitig eingeführt hat, wenn das tatsächlich doch einen Massenmarkt hergibt, wenn die künftigen Vision oder Vision Pro-Modelle dann eben den Nerv dann eben der Käufer finden und dann ist das so wie mit dem NFC-Shirt damals in Vorbereitung von Apple Pay, man hat halt sehr weit rückwärtskompatibel, eine wie auch immer geartete, qualitativ, vielleicht auch unterschiedliche, aber eine grundsätzliche Unterstützung, dass man damit was machen kann und dann wird man sagen, dann werden wir sagen, ach Apple, das war ja schlau, dass ihr das gemacht habt vor vielen, vielen Jahren schon, ansonsten im Moment glaube ich tatsächlich auch ist das noch eine recht spezielle Funktion, die wenige wertschätzen. Ja, Hardware haben wir jetzt ein wenig so abgefrühstückt, ich weiß nicht so, wollen wir schon zu dem nächsten großen Feature kommen oder hast du noch auf dem Weg dorthin etwas zur Hardware auf dem Herzen? ich glaube, wir können wirklich, es gibt noch einen Punkt vielleicht die Überlegung, die man ja immer wieder hört, auch gerade, wenn man jetzt aus der Kamera und Fotografie sich drauf schaut, welche Abstriche mache ich halt, wenn ich das nicht Pro-Modell kaufe statt des Pro-Modells? Also ich glaube, die Basis, abgesehen davon, dass du halt ein Objekt oder bei Apples Zählung mehrere Objektive weniger hast, aber du hast halt mindestens mal das Tele, das Tele fällt halt einfach weg beim Basismodell. Dafür hast du ja jetzt erfreulicherweise beim 16, du hast es eben schon angesprochen, mit dem verbesserten Ultraweitwinkel kam ja jetzt auch der Makromodus hinzu, also das heißt ein bisschen, und der ist ja durchaus was, was glaube ich doch viele gerne mal auch benutzen, also das ist sicher erfreulich und auf der anderen Seite darf man halt eine Sache nicht aus dem Auge verlieren, ist halt auch, dass der Hauptsensor, also die Hauptkamera, der entscheidende Sensor, der ist auch, bei den Pro-Modellen ist ein größerer Sensor drin, als bei den Basismodellen. Das heißt, du hast in beiden eben diese 48 Megapixel Kamera und du bekommst jetzt inzwischen ja ein 24, das ist alles sehr verwirrend, und du bekommst inzwischen dieses 24 Megapixel Bild am Schluss raus, was halt Apple irgendwie aus so Belichtungsreihen zusammensetzt und halt möglichst viel von dem Sensor da versucht einfließen oder reinzuschieben und trotzdem hast du halt insgesamt, haben die Pro-Modelle halt ein bisschen größeren Sensor und das heißt, das ist natürlich, simpel gesagt, ist je größer der Sensor, desto besser. Also ich meine, es wäre schön, wenn er noch größer wäre. Ob man das jetzt sieht, wenn du draußen im Sommer bei Sonnenlichtfotos machst, ist wahrscheinlich wurscht, unterm Strich, wenn du natürlich irgendwie in Innenräumen und jetzt so im Winter, wo es so ein bisschen dusterer ist, Fotos machst, da wird man sicher Szenen und Fotos haben, wo man sagt, okay, der bisschen größere Sensor, der holt da noch ein bisschen mehr raus vielleicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen dramatischen Unterschied macht, also da ist wirklich Leute, die sehr viel Wert dann drauf legen, das Maximum halt auch aus ihren Fotografiewerkzeugen rauszuholen. Die werden vielleicht an dem Punkt tatsächlich zum Grupp, auch ein Argument mehr fürs Pro finden. Ich glaube, für die allermeisten Nutzer würde ich sagen, ist der Unterschied vernachlässigbar, auch wenn mir vielleicht irgendjemand furchtbar Einspruch erheben wird jetzt, aber ich weiß nicht. Ich hatte jetzt auch zum Beispiel über das letzte Jahr zum Beispiel das iPhone 15 Plus im langen Einsatz, also statt des Pro-Modells zum ersten Mal jetzt seit Jahren und wenn ich mir so meine Fotos zurück anschaue, kann da nicht wirklich sagen, dass die dramatisch unterschiedlich jetzt wären zu dem, was mit den Pro-Modellen vorher mit der 14er und jetzt nachher mit der 16er-Reihe, ich meine 16 Pro habe ich jetzt noch nicht so lange im Einsatz, aber ich weiß nicht, ob ich da so einen dramatischen Unterschied raussehen würde, zumindest wenn du diese Fotos natürlich hauptsächlich auch auf dem iPhone und vielleicht auch auf dem iPad oder so anschaust. Ich meine, je größer du die natürlich aufbläst, die Fotos, dann fangen es an einem gewissen Punkt, siehst du natürlich schon Unterschiede. Ja, lass uns auf ein Feature zu sprechen kommen, was ich am Anfang völlig unterschätzt habe, muss ich gestehen und was ja uns auch, das lag aber auch daran an der Historie dieses Features, das uns ja unter dem Namen auch schon bekannt war, die fotografischen Stile. Man konnte ja in der Vergangenheit ja schon irgendwie einstellen, dass man für seine Kamera einen gewissen Stil haben möchte. Ich habe das immer tun, ließt vermieden. Erstens, weil ich das schnell wieder vergesse und dann habe ich alles rosa-rote Bilder und wollte eigentlich normalfarbige haben. Zum anderen aber auch, weil mich diese, ja, ich hatte nicht das Bedürfnis, grundsätzlich an der, an dem Aussehen meiner Bilder zu schrauben. Ich habe immer den Eindruck gehabt, das, was Apples Automatik jetzt vom Stil her macht, ist für mich erstmal okay und das kann ich im Einzelnen dann auch dann mit dem Zauberstab oder mit den weiteren Edit Features dann des iPhones dann noch ein bisschen nachregulieren, aber ich komme da immer zu guten Ergebnissen. Ich muss nicht grundsätzlich etwas daran drehen. Jetzt haben wir ja die fotografischen Stile rund erneuert, muss man sagen. Es gibt da neuen Button dann auch bei den 16er Modellen, wo man dann eben draufklicken kann. Man kann das auch in der Nachbearbeitung machen und dann gibt es so eine Art, ich nenne es mal kleinen Joystick, also man hat so ein Feld und dann hat man da so verschiedene Farbregionen und dann kann man dann diesen fotografischen, man kann also auch durch Swipen zwischen verschiedenen Stilen wählen, Bernstein, Schwarz-Weiß, was es alles da gibt und dann kann ich das aber auch feintunen und das Tolle ist eben, ich muss mich nicht ein für alle mal festlegen, ich kann das halt auch beliebig oft dann auch wieder verlustfrei ändern und du siehst mich begeistert. Ich habe ja schon bei manchen Bildern gefeilt, weil ich nämlich auch bei Apples Automatik in den letzten Jahren festgestellt habe, ich bin so ein passionierter Gegenlicht-Fotograf, dass die das, dass die manchmal meine Bilder brutal ins Dunkle runtergeregelt hat, also überhaupt nicht mehr dem entsprachen, was ich gesehen habe und jetzt kann ich da wieder ein bisschen nachbessern. Ja, bei so extremen Licht-Situationen, Gegenlicht ist natürlich ein Klassiker, da warst du ja auch auf Gedeih und Verderb jetzt praktisch dem halt ausgeliefert, was das iPhone am Schluss dann da rausholt und das iPhone macht das oft ja relativ clever, also wenn du so die klassische Situation hast, Leute sitzen irgendwie an einem Tisch im Restaurant vor einem Fenster oder so und dann hast du halt, ich meine, früher hättest du entweder irgendwie eine helle Außensituation, also sie ist halt irgendwie draußen scheint die Sonne, aber sie ist halt schwarze Leute, die vor einem schwarzen Tisch mit einem schwarzen Tischdecke sitzen und sie ist halt keine, du kannst halt nichts mehr erkennen, was im Innenraum passiert oder halt dieses umgedrehte Szenario, dass halt einfach das Außending einfach völlig überbelichtet ist und jetzt hast du und das hat ja Apple irgendwie eingefangen, indem sie halt angefangen haben, okay, wir machen halt eben unsere Belichtungsreihen und setzen dann alles schön zusammen und dann hast du plötzlich Fotos, wo halt alle Leute am Tisch halt ungefähr gut zu sehen sind oder aber auch plötzlich du draußen noch Wolken am Himmel sehen kannst und halt auch sehen kannst, dass draußen irgendwie Häuser sind und so weiter und das ist auf der einen Seite sehr positiv und das glaube ich begrüßen auch sehr viele, dass sie am Schluss halt einfach ein Foto haben, was sie benutzen können und was halt insgesamt stimmig wirkt, aber auf der anderen Seite hattest du immer mehr die Tendenz oder insgesamt Smartphones und beim iPhone war das jetzt auch sehr deutlich, ich glaube auch so hauptsächlich seit dem iPhone 14 Pro eben, dass die Problematik war, dass die Bilder halt teilweise wie so ein Einheitsbrei waren, weil du halt versucht hast, alle Schatten und wie sagt man, Lichtspitzen irgendwie auszugleichen, um halt möglichst breiten Dynamikumfang abzubilden und dann hast du so ein flaches Bild im schlechtesten Fall gab, wenn das schief gelaufen ist praktisch, dann wirkte das eigentlich so manchmal, als wäre so ein grauer Schleier vor dem Foto, ganz komisch oder das andere eben, so wie bei dir, dass bei einer extremen Gegenlichtsituation halt einfach alles runtergeregelt wird und du halt eigentlich viel zu dunkel, also so komisch dunkel, unnatürlich dunkel Fotos, da gibt es so ganz viele verschiedene Lichtsituationen oder auch Bildszenen und Sachen, wo Leute immer wieder reingerannt sind in diese Frage, ja okay, ich bin jetzt, das Foto, was rauskommt, das bildet zwar irgendwie alles ab, aber so richtig gut sieht es irgendwie gar nicht mehr aus als Foto und es verliert halt etwas von so einem richtigen klassischen Foto mit irgendwie so harten Schatten und wo halt alles so ein bisschen kontrastreicher ist und da konnte man ja halt natürlich immer mit Filtern und so weiter nachjustieren, aber die Filter, die du nachträglich über das Bild patscht, also so Instagram-Filter-Style, die sind natürlich immer problematisch, weil du halt einfach einen Filter hast, der halt alles auf dem Bild natürlich verändert und die Idee von den fotografischen Stilen ursprünglich war ja, wir lassen dem Nutzer halt die Möglichkeit, dass er da sich entscheidet für so ein bisschen Feinjustierung, die auch so die praktisch Bildelemente beachten, also zum Beispiel beachten, wenn halt Menschen im Bild sind und dass halt die Hauttöne anders behandelt werden, als jetzt das, also wenn du jetzt einen Instagram-Filter drüber knallst, der geht ja über alles, also egal, Haupt, Hauttöne und halt das Ganze drumherum und da haben sie irgendwie so ein bisschen rumgefeilt und dann hatten wir eben diese erste Generation der fotografischen Stile, die praktisch du halt im Vorfeld dich entscheiden musstest, ob du die einstellst und dann waren die halt, wenn du die, so wie du eben sagtest, wenn du halt auf rosa gestellt hast, dann war halt alles ein bisschen rosa hinterher, also jedes Foto und das galt dann halt einfach für jedes Foto und war auch in Anführungszeichen fest in das Bild halt eingebrannt und diese neuen fotografischen Stile, die halt leider dem iPhone 16 und 16 Pro vorbehalten sind und auch offensichtlich bleiben, die sind halt nachträglich änderbar, also das ist in der, in den Bilddaten praktisch mit drin, aber es ist halt, du kannst immer wieder zurückgehen zu einer Standardeinstellung und immer wieder zur neutralen Einstellung zurück oder natürlich auch zu einem anderen Stil, also du kannst das halt im Nachhinein kannst du beliebig zwischen diesen Stilen oder dem Nullpunkt letztlich wieder wechseln und das ist natürlich sehr schön, weil diese Menge an Feinjustierung auch nachträglich, natürlich hast du deine üblichen Tools immer zur Bildnachbearbeitung, je nachdem, was man für Anwendungen benutzt, aber die Idee der Filter ist ja, dass die, an der früheren Stufe, also während das Bild praktisch im, während das Bild in Anführungszeichen, während das iPhone das Bild entwickelt, da greifen diese Stile ein und da kann nur Apple eingreifen an dieser Stelle, weil nachdem das Bild in Anführungszeichen entwickelt ist, kannst du natürlich nachträglich das Bild noch verändern, aber das passiert dann halt nicht mehr zu diesem, in dieser, in der, in der Bildpipeline während der Aufnahme und damit, damit musst du sozusagen gewisse Abstriche in Kauf nehmen und deshalb sind diese Fotografenstile halt sehr, sehr mächtig, weil die so früh eingreifen und jetzt eben diese Flexibilität bieten, und das du trotzdem im Nachhinein auch anpassen kannst und halt auch experimentieren kannst und dann doch schauen kannst, ach nee, mir gefällt es halt anders eigentlich viel besser und ich will eigentlich, und das ist halt lustig, weil das hat ja Apple auch auf der Keynote gezeigt, also du machst halt ein Schwarz-Weiß-Foto durch die fotografischen Stile, aber hast trotzdem die Farbinformationen und kannst es halt nachher auch noch zu einem anderen Farbfoto, zu einem neutralen Farbfoto oder zu einem gewissen eingetönten Farbfoto machen, wenn du halt willst und ja, es ist, es ist sehr viel, man muss auch für diese fotografischen Stile Zeit mitbringen, es lohnt sich aber. Ja, wobei ich finde, es macht ja das sogenannte Color-Grading gesellschaftsfähig, also das war ja vorher so ein Thema, man hat RAW-Fotos gemacht, hat sie dann eben mit einer entsprechenden Software auf den Mac geladen, dann hat man da seine LUTs, ich weiß gar nicht, bei einem Video sagt man LUTs, sagt man das bei den Fotos auch. Ja, ich glaube nicht, aber... Ja, also auf jeden Fall das Pendant dazu, hat dann eben seine, seine individuellen Farbeinstellungen und so weiter, seine Profile drüber gelegt und dann hatte man schöne Bilder. Aber das waren, alleine die, die Arbeitsschritte, die dafür nötig sind, zeigen ja schon an, das ist etwas, was eben sehr speziell war und jetzt, jetzt kann man es auch auf dem Gerät und das folgt ja diesem Ansatz, dass man auf dem gesamten Workflow auf dem Gerät erbildet, kann man das jetzt machen. Ich sage mal, der nächste logische Schritt wäre, dass man das jetzt auch mit den Videos machen kann, das wäre natürlich großartig, ich rechne fest damit, dass wir das in Zukunft auch noch sehen werden, dass Apple das Color Grading dort einführt, ist aber natürlich nochmal reichlich anspruchsvoller, was eben die Systemperformance, die Hardware angeht, die das braucht. Aber das sehe ich hier als Vorspiel. Also ich denke mal, das werden wir sicherlich auch noch sehen. Ja, zumal sie es ja im Moment jetzt für die fotografischen Stile ja wirklich auch live machen. Also du kannst ja in der Live-Ansicht des Kamerabildes, kannst du ja schon mal verändern den Stil und siehst ja letztlich schon, wie am Schluss dann auch das Bild aussieht und dann kannst du natürlich am Schluss nochmal in Ruhe nachbearbeiten oder eben ändern. Also man muss halt dazu sagen, die fotografischen Stile, die funktionieren auch zum Beispiel nur, wenn du nicht als JPEG fotografierst, sondern eben in dem, Apple nennt es glaube ich HEIF lustigerweise, also H-E-I-F, was ist das? High Efficiency Image Format ist glaube ich die ausgesprochene lange, die lange Version. Also das haben wir ja jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich als Standardformat auf dem iPhone. Es gibt ja immer noch so ein bisschen Kompatibilitätsprobleme und das iPhone versucht ja immer sehr clever zu sein und wenn du da halt irgendwie auf Sharing gehst, dann schickst du normalerweise ein JPEG am Schluss raus, weil es halt einfach konvertiert wird im Hintergrund. Aber muss man halt im Hinterkopf behalten. Also auch wenn du, natürlich auch für RAW-Aufnahmen funktionieren halt diese, also auf dem Pro, auf dem Pro-iPhones funktionieren die fotografischen Stile nicht, sondern man muss wirklich in dem klassischen Standard HEIF, ich nenne es jetzt auch einfach mal HEIF, so wie Apple, in diesem HEIF-Format fotografieren mit 24 Megapixel und man kann es ja auch auf 12 runterstellen. Also auch da muss man mal in den Einstellungen, diese Formateinstellungen, also iOS-Einstellungen, Kamera und dann Formate, sollte man unbedingt einen Blick reinwerfen. Die werden auch immer länger, jetzt haben wir ja neu für die Pro-Modelle, nur um das kurz noch zu erwähnen, JPEG XL als neue Option dazu bekommen, also als Speicherformat, wenn du deine RAW-Fotos deutlich kleiner haben möchtest als vorher, dann vielleicht mal einen Blick auf JPEG XL werfen. Und damit hast du, hast du jetzt auf jeden Fall natürlich eine erhebliche Flexibilität durch diese fotografischen Stile und du kannst diese eben angesprochene Flachheit der Bilder entfernen, weil du plötzlich halt letztlich, Apple nennt es glaube ich auf Deutsch Ton und wenn du diesen Ton in Anführungszeichen runterdrehst auf dem von dir schon beschriebenen Joystick-Touchpad, dann hast du letztlich, bekommst du wieder härtere Schatten zurück und dunklere Schatten und hellere Lichter und damit hast du wieder ein Kontrast, hast du eigentlich kontrastreichere Bilder, als das jetzt in der letzten Zeit das iPhone von sich aus irgendwie Bilder gemacht hat. Du verlierst dann natürlich vielleicht Bildelemente, weil eben der Schatten stärker ist, aber du kriegst halt eine, ja, für eine Szene vielleicht eine viel größere, viel relevantere Stimmung von einem Bild wieder raus, die du halt jetzt, die vorher einfach so platt gemacht worden wäre, weil halt alles irgendwie gleich belichtet wird und alles gleich hält am Schluss ist. Ich muss ja sagen, Leo, du hast ja bei mir überhaupt erst dein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es die Standardeinstellung, die ich ja eingangs erwähnte, überhaupt noch gibt, weil ich tatsächlich, ich habe mich jetzt da, was diese Funktion angeht, nur noch in der Kamera-App beziehungsweise der Fotos-App bewegt und habe dort hin und hergestellt. Aber in den Einstellungen gibt es ja dann tatsächlich immer noch dann eine Standardeinstellung. Die hat aber auch einen, ja, wie soll ich das jetzt nennen, einen interessanten Haken, eine Besonderheit, eine Spezialität. Die hat wirklich eine Spezialität und ich bin noch nicht ganz schlau aus der geworden. Und vielleicht wird sich das in den nächsten Wochen alles noch ein bisschen klarer zeigen. Es ist so, dass eben diese Idee, ich wähle halt einen fotografischen Stil als meinen präferierten Stil und nehme den einfach als Standardstil, dafür muss man eben in die Einstellungen gehen und dann fragt einen die Einstellungs-App, dass man doch bitte fünf Bilder auswählen soll, die man irgendwie, weiß nicht, besonders toll findet oder ist unklar. Also man soll fünf Fotos auswählen und zwar Fotos, die man eben mit dem iPhone 16 oder 16 Pro gemacht hat und da habe ich mir gedacht, ja okay, also ich meine erst mal, wenn du das iPhone neu hast, ist es blöd, weil man muss natürlich erst mal losrennen und Fotos machen und dann, ja welche fünf Fotos soll ich denn jetzt auswählen? Also was sollen die denn, was sollen die denn zeigen? Sollen das meine Lieblingsfotos sein? Und also ich bin einfach nicht daraus schlau geworden. Was ich mir zusammengereimt habe, ist, man sollte wahrscheinlich fünf Fotos auswählen von irgendwie hauptsächlich auch Personen, also von Hauttönen, so dass irgendwie die, ich glaube, also nicht Apple, sondern halt die, Apple versucht, das nicht zu lernen, sondern versucht, diese fotografischen Stile halt daran anzupassen, was du als gut für deinen, ob du deinen Hautton richtig dargestellt siehst, richtig abgebildet siehst und weil wir haben ja diesen, das heißt auch, das ist alles relativ irre auf Deutsch, weil die heißen ja, Apple nennt es Untertöne und diese Untertöne, was auch immer man sich darunter vorstellen mag, das sind eigentlich, sollen eigentlich Hauttöne sein, also man soll letztlich zu einem Punkt kommen, dass seine eigene, die eigene Hautfarbe, die eigene Hautton halt möglichst ideal abgebildet wird durch die Kamera und das ist das Ziel dieser ganzen Aktion und das heißt, wenn man diese fünf Fotos auswählt, sollte man irgendwie fünf Porträts von Leuten auswählen, wo man sich denkt, okay, die Hauttöne sind besonders gut getroffen, das ist das, was ich mir bis jetzt zusammengereimt habe, also da möge jeder selbst experimentieren und schauen, dass er was Schönes bei herausbekommt, hoffentlich. Also für Fotos wie für Leos Äußerungen gerade gilt, man achte auf die Zwischentöne. Oder Untertöne immer die Untertöne oder hat Apple den Ton richtig getroffen? Man weiß es nicht. Ja, genug der Wortspiele. Wir beobachten das weiter, wie es damit dann weitergeht. Vielleicht springen wir da an der Stelle mal zur iOS 18 rüber. Die fotografischen Stile begegnen uns dort ja in der Nachbearbeitung und ja, also das Feld neue Fotos App möchte ich eigentlich gar nicht aufmachen. Das haben wir in unserer iOS 18 Besprechung ja schon sehr ausführlich besprochen. Ich glaube, es lohnt sich irgendwann nochmal mit ein bisschen Abstand darüber nochmal zu sprechen und vielleicht mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen, ob diese Kamera, ob diese Fotos App wirklich so die Erfüllung aller Träume ist oder wo Apple in Zukunft da vielleicht noch etwas nachjustieren kann. Wie siehst du denn die Möglichkeiten, diese fotografischen Stile dann aber auch in der Nachbearbeitung zu nutzen? Ich finde, dass wir es ganz schön integriert haben. Also das taucht dann eben auch nur auf, wenn man eben, wie gesagt, den Heave fotografiert hat. Also wer die zum Beispiel sucht und nicht findet, der hat wahrscheinlich die Formate von seinem iPhone umgestellt. Also da muss man sich dann erstmal durchhangeln, nochmal durch die Einstellungen. Und wenn man das aber, wenn alles richtig passiert ist oder wenn man die Standardeinstellungen beibehalten hat und dann einfach mit den Stilen oder auch ohne Stile fotografiert hat, man kann auf jeden Fall nachträglich dann in der Fotos App jetzt eben in den Bearbeitungsschritten halt auch die Stile, die fotografischen Stile ändern und dort sind dann auch diese, das kennt sicher der eine oder andere noch aus dem bisherigen Bearbeitungstool, weil bisher hießen die halt wirklich Filter und die sind dann verschwunden, wenn du mit den fotografischen Stilen arbeitest. Also ein Bild, was sozusagen fotografische Stile unterstützt und eben die entsprechenden Bildinformationen eingebettet hat, das kann nur noch über dieses fotografische Stile-Tool oder das heißt, glaube ich, einfach nur Stile-Tool in der Fotos App bearbeitet werden und dann ist die Filterfunktion, die klassische Filterfunktion, die Leute vielleicht jetzt noch aus älteren Versionen von der Fotos App kennen, die gibt es dann bei diesen Bildern nicht mehr, weil die wird durch die fotografischen Stile praktisch ersetzt, an diesem Punkt zumindest und ich denke, dass es, es ist ganz nett, man hat da ja eigentlich, also mit Maus und oder Trackpad auch hat man so ein bisschen mehr, man fühlt sich etwas feinmotorisch etwas geschickter als jetzt auf diesem winzigen D-Pad auf dem iPhone, auf dem man sonst diese Stilanpassungen vornehmen kann und da kommt man auch mit Apples Beschreibung, weil es ist, bei Apple ist ja praktisch Ton, Farbe und Palette, das sind so die drei, du hast drei Werte, die du verändern kannst, das ist halt praktisch eine X, ein irgendwie Achsenformat und dann drunter nochmal ein Schieberegler, was alles sehr komisch ist und in der Fotos App ist es dann eher so ein bisschen, dass du eher klassischer über die Schieberegler auch vorgehen kannst und sagen kannst, okay, das und das passe ich an und da kann man glaube ich relativ schnell, merkt man dann relativ schnell, dass du halt über Ton halt den Kontrastumfang anpasst, über Farbe passt du letztlich die Sättigung von der jeweiligen Farbstimmung des Stils an und Palette ist so ein bisschen so die Art, die Intensität dieser Einfärbung. Muss man mit, also ich habe kein gutes, habe da kein gutes deutsches Wort, auch für Palette ist der für mich war, ich wusste nicht, was Palette sein soll, aber Apple hat es halt verwendet als Wort. Muss man einfach, glaube ich, mal mit experimentieren und dann halt schauen, wie es einem am Schluss am besten gefällt. Man muss halt dazu sagen, dass du im Moment, jetzt zu dem 1. Oktober, wo wir hier die Sendung aufnehmen, du halt wirklich nur in Apples Fotos App und sowohl auf Mac, also in Mac OS 15 und natürlich iOS 18 diese fotografischen Stile nachbearbeiten kannst, weil ich hoffe, dass Apple dieses Format in irgendeiner Form kommuniziert und rausgibt, Schnittstellen liefert, also ich meine, vielleicht willst du das ja auch mit Lightroom nachbearbeiten oder vielleicht willst du das auch mit Kamera App XY auf dem iPhone nachbearbeiten, also das kann, darf und sollte Apple nicht für sich behalten, sondern das muss natürlich was sein, was du auch in anderen Apps, vor allem auf Mac, natürlich auch bearbeiten kannst dann später. Wir schauen uns das an, wir werden es ja erleben auch mit den künftigen Updates, die da kommen werden. Ja, verlassen wir vielleicht iOS 18 an der Stelle, wie gesagt, Fotos App haben wir uns ja ausführlich in der vorigen Folge schon darüber unterhalten und kommen wir zu dem Blick so vielleicht in die nahe oder eben auch fernere Zukunft, wie könnte es weitergehen und da gibt es ja auch einige sehr konkrete Anhaltspunkte, vor allem wenn wir jetzt an die Apple Intelligence dann eben denken. Da haben wir ja im Juni auf der Weltentwicklerkonferenz ja einige Ankündigungen ja zur Kenntnis nehmen können und das Ganze wird ja jetzt ab Oktober in US-Englisch werden ja die Funktionen dann weltweit ausgerollt. EU ist ein Sonderfall, auch darüber haben wir schöne Folgen gemacht, wo wir uns ausführlich darüber unterhalten haben. Ja. Ja, wie, gibt es da einen Highlight für dich so fotografisch mit Blick auf KI, Weiterentwicklung? Es sind ja von, sagen wir mal so, Apples Ankündigungen rund um Fotos, also Apple Intelligence und Fotos sind bis jetzt noch, sagen wir, angenehm moderat und zurückgenommen. Also wir haben sehr, 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 sehr klein, also nützliche, kleine Tools, die da kommen. Das eine ist halt einfach, dass du so ein bisschen natürliche, mit natürlicherer Sprache nach deinen Fotos suchen kannst halt in, dann, das ist auch ein bisschen schon ohne Apple Intelligence besser geworden, habe ich den Eindruck mit iOS 18, aber Apple Intelligence soll das nochmal ein bisschen runder machen, so was dieses Verständnis praktisch des Suchbegriffes angeht. Und da kommen wir dann zusätzlich noch diese Idee, dass du halt einfach einen Rückblick über halt einen eben wieder mit natürlicher Sprache eingegebenen Befehl erstellen kannst, was auch so eine ganz nette Idee ist. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie allzu Grandioses da jetzt rausgeholt. Ich mag diese Rückblick Funktion auch so, aber die hat mir auch automatisch schon schöne Rückblicke erstellt. Ich hatte jetzt immer irgendwie nie so richtig, bis jetzt noch nie so richtig das Gefühl, ich muss jetzt mal eine Erinnerung als Rückblick erstellen lassen und dann irgendwie Text eingeben. Also kann man mal rum experimentieren, ist vielleicht nett, wenn das iPhone sich partout weigert, da irgendwie automatischen Rückblicke. iOS ist ja relativ clever sowieso Rückblicke, wenn es merkt, du warst im Urlaub, du hattest eine Familienfeier, da hatte jemand Geburtstag, dann erstellt iOS sowieso dir eigentlich einen Rückblick zu diesem Ereignis. Also das war bei mir eigentlich immer so clever, dass ich nie in dieser Situation war zu sagen, hey, ich war jetzt im Urlaub und habe keinen Rückblick dafür bekommen. Da muss ich jetzt mal irgendwie einen Text prompt eingeben. Also weiß ich jetzt noch nicht, wie viel das dann am Schluss ich nutze, aber es ist sicher eine nette Erweiterung und dann mal sehen, wie mächtig das halt ist mit dem, was es dann am Schluss für eine Geschichte letztlich erstellt und Fotos, wie gut die Fotoauswahl ist. Und dann haben wir natürlich ein entscheidendes Tool, was wir vor allem gerade bei Apple jetzt sehr lange nicht gesehen haben, ist nämlich der Radiergummi praktisch, der magische Radierer oder das, was zumindest bei Google als magischer Radierer bei Apple einfach als Cleanup-Tool läuft. Also letztlich ein glorifiziertes Stempelwerkzeug, wenn du so willst, was dir halt ein störendes Bildelement idealerweise mit möglichst wenig Aufwand verschwinden lässt. Und das heißt halt, dass der nicht existente Hintergrund irgendwie erschaffen werden muss, der an dieser Stelle halt einzufügen ist. Und da, ja, ich meine, wer andere Fotoanwendungen kennt, da gab es ja zig Tools natürlich über die Jahre und die natürlich jetzt immer mehr auf KI setzen, was, glaube ich, clever ist. Und wer mit Cleanup von Apple Intelligence rumgespielt hat, der wird gesehen haben, dass das durchaus seinen Dienst verrichtet, aber an komplexeren, also man darf sich da auch keine Wunder versprechen. Also das, das kann sich schon den Hintergrund ausdenken, aber dass das irgendwie wirklich in jeder Bildsituation oder dass du wirklich große Elemente, die kompliziert sind, da verschwinden lässt, da, da wird es dann schnell doch schwierig. Vor allem, wenn du wie immer das Bild halt reinzooms. In kleinen sieht es vielleicht ganz okay aus, aber im Detail wird es dann doch ganz schnell hakelig werden und ich finde es gut, dass diese Funktion kommt, weil die ist eine sehr nützliche Funktion, das sollte, ist irgendwie Teil, sollte in jeder Fotos App sein und es ist halt schön, dass du es dann am iPhone auch machen kannst, wenn es halt eines Tages mal zu uns kommt in die EU, aber sollte man sich keine, kein Wunder versprechen, glaube ich. Ja, ich glaube, dass das ja durchaus auch in Apples Sinne ist, dass es nicht so ein superperfektes Werkzeug ist, also dass man tatsächlich, ich glaube, so auf ebenen Flächen oder einfarbigen Flächen, wenn da irgendwie was ein Schönheitsfehler ist und den möchte man mal schnell ausmerzen, dann bekommt man das auch so gut hin, dass es dann wirklich aussieht, als wäre es jetzt echt, meine Wege. Auf der Motorhaube des Autos liegt ein Blatt und dieses Blatt, das jetzt gerade runtergewählt ist, möchte man weg haben, dann radiert man das damit weg und dann wird es in vielen Fällen so aussehen, als wenn es so gewesen ist. Aber ich glaube, dass es sehr wohl in Apples Interesse auch eben ist, dass man zum Beispiel jetzt nicht Inhalte tiefgreifender manipuliert, dass eine völlig neue Bildaussage entsteht. Also ein voran, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber in der ersten Beta, wo man das ausprobieren konnte, diese Funktion, da war es ja auch so, dass man ja zum Beispiel Personen dann nur pixeln konnte, die dann halt sehr auffällig im Bild waren und nicht irgendwie völlig entfernen konnte aus dieser Szenerie. Was aber dann wiederum lustig war, weil in anderen Szenarien ging das dann auch ziemlich rückstandsfrei und für mich war immer die Frage, wie nah muss jemand der Kamera sein, dass man das Privileg erhält, nur gepixelt zu werden oder eben völlig zu verschwinden. Ja, das war mir auch nicht ganz klar, wo da irgendwie noch Bugs drin sind und was wirklich das Ziel am Schluss der Funktion ist. Ich hatte tatsächlich dann den Eindruck, dass zumindest für nah, also für einzelne, wenn du eben Portraitfoto praktisch machst und benutzt da das Cleanup-Tool, dann hast du im Idealfall ein ordentlich verpixeltes Gesicht, was ja eigentlich auch dann ein eigenes Werkzeug ist von, wenn man so will, aber das konnte natürlich auch zu furchtbaren Unfällen führen, wenn da irgendwie nicht richtig erkannt wurde, dass es ein Gesicht war, weil dann kamen natürlich ganz schreckliche Sachen raus, wenn dieses Cleanup-Tool versucht hat, da irgendwie die Hälfte von Gesichtern wegzumachen. Also mal sehen, wo wir da mit der finalen Version von 18.1 und dann zukünftigen Versionen, das ist ja echt Work in Progress, Apple Intelligence, also da wird geschraubt sowieso noch und da muss noch viel mehr geschraubt werden und ich meine, Apple ist da an der Grenze und die Frage ist halt, wo ist die Grenze von dieser gefürchteten Bildmanipulation und dem Verlassen der Fotografie als irgendeinem Abbild von einer tatsächlichen Realität. Ich hatte es dir vor der Sendung kurz vorgelesen, jetzt habe ich natürlich das 1 zu 1 Zitat vergessen, es gab bei The Verge gab es ein Zitat von Apples Apples Fotos-Software-Chef, glaube ich, also für die Software-Entwicklungsseite, was Fotografie angeht und der hatte gesagt, also Apples Ziel ist nach wie vor, dass ein Foto ist etwas, was wirklich, wirklich passiert ist. Das ist sozusagen die Idee, das hehre Ziel ist, dass dieses, das Foto als etwas ein Dokument von mir aus Zeitgeschehen oder ein Dokument eines tatsächlichen Ereignisses verbleibt und wir bewegen uns ja jetzt eben auf diesem, auf diesem komischen Grad, dass wir durch KI die Möglichkeit bekommen, auch nicht nur ganze Fotos oder Bilder neu zu erschaffen, sondern natürlich auch unsere ganz persönlichen Fotos halt zu verändern und andere Elemente in diese Fotos reinzupacken, die vielleicht gar nicht da waren und damit natürlich oder natürlich Elemente verschwinden zu lassen. Das ist ja auch schon eine Sache. Ich meine, du veränderst, ist es jetzt schlimm, wenn du das von dir genannte Blatt von dem, von der Motorhaube entfernst? Wahrscheinlich nicht, aber es verändert natürlich das Bild. Es verändert diese, diese Situation gab es nie ohne das Blatt. Ja. Immer das Blatt war, zumindest für diesen Zeitpunkt, als du es fotografiert hast, war dieses Blatt auf der Motorhaube. Und das wirft in der Tat ja schwerwiegende philosophische Fragen auf, weil dieser Echtheitsbegriff von Motiven, also beim Blatt würde ich ja auch sagen, im kollektiven Gedächtnis oder in der öffentlichen Wahrnehmung wird ja keiner wissen, dass da dieses Blatt auf der Motorhaube lag und wenn ich es einfach runterpacke und nochmal fotografiere, ja, dann ist der Lauf der Geschichte nicht schwerwiegend geändert. Aber es gibt ja so Beispiele, so sag ich mal, die Sehenswürdigkeit, irgendwie eine besondere Skulptur und irgendein depperter Verkehrsplaner hat dann da ein Verkehrsschild direkt vor diese Skulptur hingestellt. Wenn das alle Leute fotografieren und plötzlich fangen die Leute an, Bilder zu manipulieren, als wenn es dieses Verkehrsschild nie gegeben hat, entspricht das dann noch dem kollektiven Echtheitsbegriff? Oder es fällt ja sofort auf, dass es ja diese Skulptur viel schöner aussieht als vorher. Und da fangen, glaube ich, die Probleme schon bei solchen Kleinigkeiten an, wenn man solche Werkzeuge hat. Klar, Apple macht dies fast nicht auf. Jeder, der ein bisschen Photoshoppen kann oder ein bisschen besser Photoshoppen kann, kann das schon seit vielen Jahren. Aber jetzt bekommt dieses Randphänomen halt jetzt eine Basis, dass eben jeder das mit einem antippen kann. Und das macht, ich glaube, das Volumen und die Intensität, wie das künftig betrieben wird, wird das schon massiv beeinflussen, dass das jetzt so kinderleicht ist in Zukunft. Ja, ja, ich denke auch. Also das ist ja eine Diskussion, die auch geführt wird. Das sagen wir, wir haben das natürlich alles. Fotomanipulation gibt es praktisch, ist so alt wie Fotografie selbst. Und natürlich kannst du mit Photoshop seit zig Jahren halt alles Mögliche machen, aber du musst dann halt auch dann tatsächlich das mit Photoshop halt machen und wissen, was du da tust und dann ein sinnvolles Ergebnis zu erzielen. Und wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, selbst in der britischen königlichen Familie kann nicht jeder Photoshop irgendwie so bedienen, dass also selbst da, wo Geld vorhanden ist und man meinen sollte, dass ganze PR-Teams zugange sind, selbst da ist es schwierig, offensichtlich Photoshop meisterlich zu bedienen. Wenn wir jetzt plötzlich natürlich durch KI halt die Möglichkeiten haben, dass wirklich jeder einfach auf seinem Telefon mit ein bisschen zwei, drei Bildmarkierungen oder so halt Veränderungen hervorrufen kann, dann sind wir einfach auf einem anderen Level. Und ich habe diese Geschichte, ich erzähle sie an dieser Stelle auch nochmal am Wochenende, ein Freund von mir war in den Bergen gewesen auf Natur und hat mir ein Foto geschickt und auf diesem Foto war ein sehr schönes italienisches Bergpanorama zu sehen, was völlig echt und normal aussah und in diesem italienischen Bergpanorama waren einfach zwei Giraffen. Und das war sehr absurd, aber diese Giraffen sahen so echt und realistisch in diesem Bild aus, dass ich dieses, mein Gehirn für einen kurzen Moment, obwohl ich wusste, dass es ja eben in den italienischen Alpmann, wo, glaube ich, Giraffen relativ selten gesichtet werden, hat mein Gehirn das für einen kurzen Moment nicht zusammenbekommen. Und die sahen tatsächlich so gut aus und so in der Art, wie die da standen, da waren keine offensichtlichen Fehler, die haben einen Schatten geworfen auf dem, auf der Bergweide, über die die gegangen sind, da stimmte die Lichtsituation für die Giraffen, das stimmte sozusagen, insgesamt war das Bild durch dieses Element, das stach durch Absurdität heraus, aber nicht dadurch, dass irgendwas falsch war an dem Bild. Und das heißt, und das war halt auch ein Element, das Foto war mit einem Google Pixel 9 Pro gemacht, das war halt mit dieser, mit diesem Magic Editor, der halt da einfach in die Fotos App integriert ist, ähm, editiert, wo du halt einfach per KI praktisch Bildelemente in dein Bild einsetzen kannst und damit halt Details von deinem Bild verändern kannst. Zum Beispiel kannst du irgendwie vor deinem Fenster halt statt irgendwie der, kannst halt einfach irgendein Bergponorama setzen oder halt irgendwas anderes und die, die Lichtsituationen sind unglaublich gut getroffen, sodass, dass dieses KI, dieses künstliche Element, das generierte Element wirkt nicht mehr wirklich wie ein Fremdkörper. Das ist, ist extrem faszinierend, zumindest wenn du das jetzt in klein mal anschaust auf einem Smartphone, da wo wir halt meistens Fotos halt anschauen. Und das ist natürlich jetzt dann ein Schritt, wo wir irgendwie in eine neue Fotowelt gelangen, in der doch alles plötzlich anders ist und doch plötzlich auf dem Kopf steht. Und das ist auf der einen Seite natürlich nett und faszinierend und sicher auch eine tolle Spielerei. Und da wird es natürlich auch viele kreative Einsatzmöglichkeiten geben. Und vielleicht ist es auch lustig, Urlaubsfotos mit Giraffen aus den italienischen Bergen zu verschicken. Und ja, ist sicher auch unterhaltsam. Aber ich weiß noch nicht genau, also ich meine, wie dünn ist das Eis, auf dem wir uns da bewegen? Ja, man muss ja, ich meine, man muss ja der Vollständigkeit halber sagen, wir sind ja schon weit in einem Zeitalter, wo ja eben auch Bilder eben mit Filtern und allem drum und dran ja auch schon in eine bestimmte Richtung getrimmt werden. Und alleine den Fokus, den man wählt, wir wissen, wir kennen das aus vielen Beispielen, kann ja schon unglaublich viel bewegen. Und sei es nur, dass es die Webcam im Homeoffice ist und man ist oben rum mit einem schönen Anzug und Krawatte bekleidet und unten rum trägt man Trainingshose, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. So machen wir seit Jahren hier Podcast. Richtig. Aber das, also der Fokus, der hat ja, oder der Bildbeschnitt und all diese Faktoren hat ja auch schon eben eine sehr spezielle Realität dargestellt. Aber dieses, was du gerade skizziert hast mit den Giraffen, sofern sie Hannibal nicht vergessen hat, als er die Elefanten über die Alpen geführt hat, ist natürlich eine ganz neue Qualität, die dann da kommt und die, sag ich mal, Fotografie auch mehr und mehr in das Künstlerische noch ziehen wird. Also raus eigentlich aus dieser Dokumentation und mehr eigentlich in ein, einfach ein Kunstwerk und, und etwas, was, womit man etwas ausdrücken möchte, was vielleicht gar nicht aus der Realität entspringt. Also es wird, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Die Europäer sind gut dagegen geschützt. Der DMA gebietet ja erstmal, dass wir das nicht bekommen. Das heißt, in Europa werden die Bilder weiterhin wahrhaftig sein, im Rest der Welt nicht. Wunderbar. Es könnte kaum besser sein. Ja, wenn, wenn es so einfach funktionieren würde, das wäre das natürlich ein Ausweg. ist, ich bin sehr neugierig, wie lange Apple in der Lage ist, sich diesem Sog eben auch zu entziehen, weil, wenn das zu stark wird und wir haben ja gesehen, dass Apple jetzt dann sehr lange nicht richtig auf diesen KI-Zug aufgesprungen ist und dann plötzlich mit voller Kraft auf diesen KI-Zug aufgesprungen ist und da sind halt eben, diese Elemente sind eben auch Teil dieses Zugs und wenn halt plötzlich alle Leute sagen, hey, meine Freunde mit einem Android-Gerät, die machen irgendwie super Giraffen-Fotos, wenn sie aus den Alpen zurückgekommen sind und das ist sehr lustig und faszinierend und warum geht das mit meinem iPhone nicht, dann wird sich bei Apple auch irgendjemand die Frage stellen, ja, sollte man das nicht irgendwie auch als ein Teil von Apple Intelligence machen, dass man halt Giraffen in seine italienischen Alpen-Fotos reinbaut und dann haben wir es halt und dann ist es halt einfach, in dem Moment, in dem es omnipräsent ist, ist es dann sowieso einfach selbstverständlich und dann, ja, weiß nicht, dann können wir eigentlich keine Diskussion mehr darüber führen, sondern sehen nur noch, was die Auswirkungen davon sind und ich glaube, das kann man noch nicht so ganz greifen, was das bedeutet, können wir glaube ich auch noch nicht im Moment. Ja, vielleicht ist es auch noch nicht der Zeitpunkt für Schwarzmalerei oder den Teufel an die Wand zu malen, weil wir jetzt generell beim KI-Thema sehen, dass dort ja auch noch viel Spielerei im Gange ist und der Prozess des Konsolidierens, des Herausschelens, was bleibt denn am Ende wirklich im Alltag erhalten, ja auch längst noch gar nicht abgeschlossen ist. Also ich denke mal, im Moment sind es vor allem die technischen Möglichkeiten und das ist natürlich faszinierend. Ich muss kurioserweise die ganze Zeit an Kai's Power Tools immer denken, ich weiß nicht, wie ich sie nannte. Natürlich, ja. Im frühen Computer-Zeitalter so diese Möglichkeiten, die einen damals fasziniert haben, aus heutiger Sicht natürlich lächerlich, aber da ging diese Diskussion ja auch schon so ein bisschen los damals und mit Photoshop wurde sie dann deutlich intensiviert. Photoshoppen ist ja sogar zum Verb geworden mit Blick auf Manipulieren von Bildern und jetzt sind wir so in der nächsten Stufe, wo es dann noch kinderleichter wird und vor allem aber natürlich auch die Technik es uns ermöglicht, diese Feinheiten, die du beschrieben hast, Schattenwurf, die richtigen Lichteinfall, also all diese Dinge, die eine Bildmanipulation ja in der Vergangenheit so leicht andarfen konnten, werden durch die Technik immer perfekter abgebildet und aus der Welt geschafft und das macht natürlich das Ganze jetzt nochmal hochspannend. Ich bin auch wirklich gespannt, wie das generell weitergeht und B, aber auch, wie Apple im Speziellen darauf reagiert, weil Apple ja auch sich nicht jedem trennt, blind anschließt, sondern ja eben auch, glaube ich, solche Dimensionen, was macht das mit unserer Marke, was macht das mit unseren Produkten, wird die Seriosität untergraben damit, auch ja durchaus, ich glaube, das sind Gedankengänge, die sie sich sehr klar auch bei diesen Sachen stellen. Gut, ich meine, das ist ein bisschen blöd, weil sie auf der anderen Seite Genmoji sein fühlen. Das ist ja der Ansatz, da bildgenerativ unterwegs zu sein, ist natürlich auch etwas sehr verspielt, aber eben in der Beziehung halt auch total harmlos dann auch im Vergleich zu dieser Fotogeschichte. Eben, ja, also bei den Genmojis, da kann in jeder Hinsicht, glaube ich, oder wer weiß, ob wir irgendein Desaster erleben werden, aber man sollte meinen, dass da relativ wenig schieflaufen kann. Da lassen wir uns sicher jetzt bald von überraschen, wenn das, keine Ahnung, bis Jahresende ja zumindest mal außerhalb der EU noch zu sehen sein wird, was da rausfällt aus dieser Bildgenerierung, die Apple jetzt halt vorgesehen hat und was das dann natürlich für Fotos und Fotos Nachbearbeitung heißt, ist, ja, das besprechen wir, wenn wir da mal, wenn wir mal ein paar Monate gesehen haben, wo jetzt diese Reise hingeht, die ja Google auch gerade erst praktisch begonnen hat mit dem Pixel und wir sind halt auf jeden Fall, dürfen wir uns auf deutlich mehr Diskussionen einstellen. Bis jetzt hatten wir nur die Monde, die aus den Samsungsgeräten also immer perfekt rausgefallen sind, wo du sagen kannst, okay, beim Mond ist es vielleicht egal, weil der sieht halt immer gleich aus, aber es ist halt schon schwierig und auf der anderen Seite, um nochmal zum iPhone zurückzukommen zum Schluss, weil wir haben jetzt auch viel oder wir haben sehr viel kleinteilige und problematische Sachen jetzt heute auch gehabt, glaube ich, möchte ich doch nochmal ansprechen, wie fantastisch halt der Punkt ist, an dem wir jetzt angelangt sind. Also all diese Interface-Probleme, Bedienoberflächen-Probleme und Einstellungen und Überfrachtung und der Kamerabutton mit all seinen Hakligkeiten sind alles Probleme. Aber ich, also ich persönlich, bin sehr, sehr, sehr froh, erstens über diesen Button und zweitens überhaupt über den Punkt, an dem jetzt die iPhone-Kamera jetzt mit der 16er-Reihe, das Basis-16er hatte ich jetzt noch nicht in den Fingern, aber was das 16 Pro angeht, spezifisch, die Fotos, die da rausfallen, die man damit machen kann, die Möglichkeiten, die man mit diesen fotografischen Stilen jetzt neu dazu bekommen hat, plus der Kamerabutton sind für mich ein unglaublich attraktives Gerät, Paket. Und damit ist das iPhone in der, aus der Kameraperspektive, aus der Fotoperspektive, für mich jetzt die 16er-Version tatsächlich eine sehr reizvolle Generation. Also wir hatten mit dem iPhone 15 Pro gerade letztes Jahr schon ein sehr, sehr gutes iPhone im Vergleich zu manchen anderen Generationen, die mal besser, mal schlechter waren. Und jetzt haben wir mit dem iPhone 16, das wurde so, so gähnend zur Kenntnis genommen, die Einführung, weil das ein so langweiliges iPhone ist, von außen betrachtet. Auf der anderen Seite haben wir halt das sehr gute iPhone 15 Pro, was jetzt noch mal in einigen ganz kleinen Details halt besser geworden ist. Das heißt, jeder, der halt irgendwie auf iPhone 12 oder iPhone 13 oder vielleicht auch iPhone 11 ist, der hat halt jetzt einen massiven Sprung. Und das, was du bekommst als Gesamtpaket und das, was du in der Kamera und eben das Tele, das Fünffachtele, was du halt jetzt auch in dem Basis, also im Basis Pro, also im kleineren Pro mit drin hast, das sind insgesamt, ist insgesamt einfach aus Fotografensicht oder zumindest Hobbyfotografensicht irgendwie für mich ein sehr, sehr, sehr reizvolles Paket dieses Jahr geworden. Also wir sind, das ist gut, dass du das sagst, weil dann natürlich kann das mal schnell so einen falschen Zungenschlag bekommen, dann, wenn man sich dann eben auf die Haken und Ösen dann stürzt. Aber am Ende sind es, sind wir ja in einer sehr privilegierten Lage als Apple-User, dass wir solche Luxusprobleme überhaupt haben können, wie wir sie haben. Und für jeden Hobbyfotografen, wozu ich mich auch zähle, der das auch durch das Smartphone massivst intensiviert hat, ist das ja eine wahnsinnig gute Zeit, um heute zu leben. Du hast vorhin dieses Beispiel gebracht mit dem Ratsch-Ratsch-Film, den man dann in seiner Kamera hatte und nach einem halben Jahr mal dann ans Licht befördert hat, um ihn entwickeln zu lassen. Und wie frustrierend war das damals, eben dann fotografisch da tätig zu sein, wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht die ganze Technik im FF beherrschen wollte, sondern sich wirklich dann eben auf die Motivgestaltung und das Fotografieren oder das Videografieren gar fokussieren wollte. Und das sind ja einfach spitzenmäßige Zeiten und eben ermöglicht auch eben durch diese Technik und eben auch durch diesen Schwerpunkt, den wir jetzt auch aktuell gesehen haben bei den neuen Pro-Iphones, dass eben dann auch gerade die Content-Creation, wie man heutzutage neudeutsch sagt, eben auch nochmal so in den Fokus gerückt wurde. Und letztes Jahr ja auch schon, also mit der Aufnahme auf SSD und dass man eben zum Beispiel bei der Videografie dann auch mehr Profimöglichkeiten bekommen hat. Das ist ja ein Themenbereich, den wir, glaube ich, heute relativ bewusst unter den Tisch fallen gelassen haben, ist nämlich die ganze Videoseite, weil da ist zumindest, was jetzt die Pro-Modelle vom iPhone angeht, schon seit letztem Jahr eigentlich, das geht so ein bisschen über meinen Horizont hinaus. Also da sind wir wirklich in einem, doch schon in einem Profibereich, das sind sozusagen Sachen, die ich nicht mehr brauche. Ich finde es sozusagen gut, dass die da sind und das war ein großer Schritt im letzten Jahr mit dem 15 Pro und dass du halt überhaupt, dass du auf eine externe SSD dein Zeug runterspeichern kannst und all diese Sachen, die einfach plötzlich, plötzlich kamen und damit wirklich das iPhone zu einer ernsthaften Profikamera unterm Strich, muss man es ja so sagen, gemacht haben, weil Profi-Videokamera und das iPhone hat es ja videomäßig schon immer hervorgehoben und das unterstreicht halt jetzt das 16 Pro, 16 Pro Max unterstreichen das halt nochmal und ich glaube, was das Video, die Videoseite angeht, ist Apple, glaube ich, auch tatsächlich nochmal einen deutlich größeren Schritt vor der Konkurrenz, während, glaube Fotos, welches High-End-Smartphone du dir jetzt im Jahr 2024 kaufst, ist unterm Strich relativ wurscht. Ja, also aus dem Pixel wirst du gute Fotos rausholen, aus irgendeinem Samsung-Ding wirst du gute Fotos rausholen und aus irgendeinem anderen teuren Smartphone wirst du auch gute Fotos rausholen, so wie du aus dem iPhone 16 und iPhone 16 Pro gute Fotos rausholst, aber Videos ist halt nochmal eine andere Liga, was jetzt im Moment mit dem iPhone möglich ist. Aber nur zum iPhone wirst du gut versorgt durch diesen Podcast mit Informationen, Diskussionen und Analysen, das muss man wiederum auch sagen. Das ist richtig. Andere Telefone kennen wir hier nicht. Das zeichnet den Apple-User aus, dass er diesen Podcast bekommt. Richtig. Ja, in diesem Sinne, es war ein doch sehr großer Deep-Dive beim Thema Fotografie und letztlich noch nicht erschöpfend. Also es gibt noch viele Ansatzpunkte und natürlich auch vieles, was wir jetzt dann unterschlagen oder wo wir schnell weitergesprungen sind. Aber wir werden das Thema Fotografie natürlich weiterverfolgen, hier im Mac&i-Podcast, natürlich auch auf heise.de in den entsprechenden Berichten bei Mac&i im Heft. Für heute würde ich sagen, machen wir mal einen Punkt und wir setzen da sicherlich dann auch bei passender Gelegenheit an. Ja, und wer uns dann wieder erleben möchte, wir sind ja wahrhaftig, also klar, wir sind manchmal nicht ganz echt, aber wir sind wahrhaftig, um den KI-Begriff mal zu gebrauchen und uns gibt es dann wieder. Allerdings ein Wöchlein später, terminbedingt, das sei an dieser Stelle schon einmal angekündigt, kleine Herbstpause, aber dann geht es wieder mit voller Kraft weiter. Leo, ich danke dir für die angeregten Gespräche und danke allen, die eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, Malte. Ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Da war's. Wie bei mir Century bei KCV bei KCV Ichuir jal